Hallo Ist es kaputt? Das liegt nicht an mir, OBS ist alles fein, man. Ich habe nicht mal ausgelassene Frames. Das liegt an Twitch. Aber ihr könnt mich wieder hören, ja? Guck, ich bin ein Engel. Okay, let's go. Dann gehen wir weiter. Oder auch nicht. Oder doch. Hallo? Hallo? Umik. Umik, was denn? Warum gibt mir das Ton nicht auf? Gib dir mal einen Schlüssel. Weiß nicht. Okay. Möchtest du mal probieren? Ja, ich probiere es mal. Reiß ich mal einen Schlüssel drüber? Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Wo ist der Schlüssel? Zuckerbeleert. Boah. Boah. Machen wir mal, würde ich mal vorne auf der Gäste? Äh, kann er auch. Da bitte schön. Dankeschön. Aber euer Tor mag mich nicht. Ja, ich glaube, du bist für das Tor nicht 100% Manns genug. Um... Puh, oh, was der sagt. Puh, ich habe es nicht verstanden. Jogi, ich lasse das Ding lackieren für dich. Weil ein Schwarz sieht das kacke aus. Ei, ei, ei. Das funktioniert. Du heilige Mutter, mein Gott. Das passt. Oh, jo. Jo. Ich sag doch, das liegt in Twitch, Alter. Warte, ich guck mal selber bei mir. Ups, ups, ups. Also, ich bin live. Funktioniert? Ja. Ja, aber ich... Ich kann nicht im Werkstatt. Aber du kannst kein Radio mehr hören. Die Antennen sind ab. Egal. Die kannst du ja wegklappen. Können dir die Mechaniker sagen, wir sollten es gelb machen, wie ein richtiger Bagger aussehen soll? Wir sollen Gold machen? Nein, gelb. Wie ein... Nein, gelb! Halt deine Schnurze! Aber Gold ist toll. Boah, ey. Gelb. Beruhigt euch. Ich finde das nicht nett. Mann. Meins halt. Meins halt. Gold werden. Sag es ihm selber. Nein, der soll nicht Gold werden. Nein, du Hundebock. Halt die Schnauze. Sind sie ja Poweramt, oder? Quasi Arbeiter. Quasi. Achso, okay. Das Ding ist von meinem Architekten, aber ich mache das gelb. Wie eine richtige Bagger. Habt ihr auch so Kettaufkleber? Ich glaube nicht. Jetzt weiß ich nicht, was er überhaupt für haben will. Alter, Marco, ich freue mich nicht, aber passt das Ding? Passt durch, ja. Ja, ja. Ich würde den halt wie ein Gelb anlackieren lassen. Komplett Gelb? Ja, wie einen richtigen Bagger halt. Ja, das ist das dritte Gelb. Kriegen wir hin. Kann man auch Liebherrgeld nehmen. Muss ich nur noch kurz gedulden, weil der Kunde darin hat ein bisschen Angst um sein Auto. Wenn der nämlich Vergütung gibt, dann mal Schnee schuppen wir euch hier. Aber hast du, hast du einen Schüssel mit der Koppel-Hintasche? Äh, warte. Kannst du mal aufmachen. Du musst mal uns aufmachen. Äh, ja, dann. Äh, was denn? Weil du laufen musst, du faules Stück? Ja? Boah, schon, Digger. Ja? Du, dein Verficktes. Ja, ja. Du mit deinem Scheiß-Gold, Gold, du Idiot. Ne, du, dein Scheiß-Gelb-Gelb-Gelb-Gelb-Gelb. So ein Banger-Gelb. Der hat einen Arm und kann nicht schwimmen. Fressbrenn, blöd, Mann. Du, mit Tricksau, du. Ihr seid, glaube ich, die einzige Werkstatt, die heute aufhört. Du Toiletten-Tieftaucher. Halt deine Schnauze mit deinen Indianern-Kreinskette. Du Idiot. Du warst schon durchgerufen, oder? Okay, ja, die Alltritt ist geil, du. Nein, nur vorbeigefahren, aber. Und dann sind wir direkt hierhin gekommen. Ja, korrekt. Weiß Augenzahn. Halt deine Schnauze. Danke. Jupp. Das muss ja mal rechnen. Du Bion-Bion-Battler. Ich hatte eine Klappe. Du Schüttelküken. Ich hatte eine Klappe. Du kotterst mich da einfach zu gut. Köttes? Ja. Ich habe gerade ein Paket bekommen, ne? Ja. Also da wurde gerade SMS gesendet, dass es angekommen ist. Ich bräuchte noch kurz eine Unterschrift. Bluetooth? Nö. Einfach hier auf den Zettel. Okay. Ich danke. Dann kann ich den Paketboten austricksen. Also. Und ein Herz. Okay. Werte. Dankeschön. Der hat ein Super-Session drauf gemacht. Das ist meine Unterschrift. Was soll ich machen? Ein paar Mal zurück, oder? Jetzt liegen ja überall Stifte rum. Das kann gar nicht sein. Klar, guck doch. Ich liege doch hier. Stopp. Wie du gehst mir heute richtig auf Eier, ne? Echt? Mit deinem Scheiß-Lügerei. Okay. Und du auch. Mit deiner komischen Frauen-Legends, Junge. Und Hose. Hose und Schuhe. Du bist aus dem Vollidiot aus dem Kindergarten, Junge. Soll deine Mama nicht anziehen. John, ich glaube, wir sollten fahren, oder? Mit deiner komischen Mütze. Und deiner hässlichen Brille. Komm, wir lassen den Arschloch hier. Deiner Drecksäue hier. Fängt euch. Er könnte mich nicht allein lassen. Schwanz-Lutscher. Nicht mich allein lassen. Ich suche mir neue Freunde. Vom Resozialisierungspark. Das ist die kleinste, viele Linie, die da so ein gemeines Arschloch ist. Arschloch, aua. Pff, ich brauch die nicht. Äh, normal. Ja. Hallo? Hallo? Ich bräuchte einmal bitte ihr Geburtsdatum. 25.08.1997. 25.08.1997. Warum wollt ihr meinen Geburtsdatum haben? Ich trage dich beim Gewinnspiel ein. Ich schwöre, wir gewinnen. Okay, gut. Frag den Finn, der hat schon alles von mir. Ich habe oben gerade was unterschreiben müssen. Ja. Ich weiß, was ihr vorhabt, ne? Nein, hast du, weißt du nicht. Ihr wollt was adoptieren auf meinen Namen. Aber wir wollen keine Kinder. Das sag ich nicht. Ja. Ich will gar nicht wissen, was die wieder machen, Alter. Ist mir egal. Ich weiß. Äh. Tigermarer. Dankeschön für den verlängten Zapf von Zoldi. Densel. Dank für den Prime-70. Und Ryukyu-Loku-Loku-Loku-Loku-Loku. Dank für den Prime-4. Geht wieder. Stream. Von Zinuket wieder. Andusel. Dankeschön für 100 Bits. Warum auch immer keiner... ...Alert kommt. Ich aktualisier den mal. Probiert mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Alles super, okay. Ja, jetzt funktioniert wieder. Irgendwann ist Dankeschön für den Traum und Bits. Schick dir mal 100% safe geben. Eigentlich habe ich nur 100% safe geben. Halt die Klappe crazy. Du Verräter. Kommst nicht mehr in die Unity-Pommes bis in die State-Pommes. Und lädst wieder Kack-Videos hoch auf deinem Kack-YouTube-Kanal. Hallo Michi. Lenzung, Dankeschön für den Prime-24. Klatsam. Hetze. Nix, Hetze. Geh nix. Lüge. Ich glaube, dort ist bei den Alerts ein Limit drin wegen Tronix. Das kann sein. Obwohl nicht. Ich habe die neu gemacht. Es geht nix. Sucht er mich? Mal den Bagger eine ordentliche Farbe verpassen. Was ist das denn für ein Tinkepätzchen? Ach, von Walle. Ich bin ein Heiliger. Hallo Kuri. Ich weiß nicht mal, ob der Bagger dem Yuri überhaupt gehört, weil auf dem Schlüssel steht Leih-Bulldozer. Der läuft PC bisher gut, aber nicht mehr lang, dann sind die im Arsch. Die weißen Punkte an der Rope sind Dings. Das sind Lackschäden. Die sind nicht weg. Das bleibt so. Das sind so Steinschläge und sowas. Oder Einschusslöcher, ja. Was für eine Leistung willst du denn testen, Crazy? Mach nen Cinebench oder so. Hä, du kennst doch deine Leistung. Du weißt aber, was du bestellt hast. Oder wird sie Temperaturen messen? Ja, mach mit Cine... Wie heißt der? Schreib mal Schattenbund im Discord dann bei mir. Oder Wolverine oder... Ja, oder die Leute im Chat sagen dir das. Naja, der will da testen und da voll das, wie heiß der wird und so. Glaub ich. Ja, Gerhard, klar. Wurde noch nicht getestet, aber kommt mit Sicherheit rein. Wo hast du 140 FPS? In GTA? Das ist aber schlecht, ne? Also FPS sind gut, aber ab 100 FPS bei GTA wird das Spiel schlechter. Das sag ich dir nur, der Herr. Aber du hörst ja eh nicht. Du benutzt ja immer nur Reshade mit Dings im Filter. Das hat alles gestochen scharfes. Sieht eh kacke aus, das Game. Grüße, Herr Gardi. Achja, den Jadi-Stein haben wir ja gestern auch gemacht, ne? Ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe mit dem Stein. Ich bin gewohnt mit Schärfer. Sieht halt absolut ekelhaft aus. Selbst in Liegner Kalle. Ich dachte, heute geht's auf der Insel. Oma, ich hab Daisy sogar schon runtergeladen. Was sagst du denn dazu? Ha! Hab ich runtergeladen. Aber ich war heute nicht in der Mood eigentlich zu zocken. Ich wollte eigentlich kein GTA streamen. Ich wollte halt eigentlich deutschen. Weil es halt geht nix los. Aber da dachte ich mir, machen wir ein bisschen, äh... Machen wir ein bisschen shorte Drohne. Weil es gibt auch RP jetzt mit dem Yuri. Der hat da so einen Auftrag für Johnny. Also für uns, aber mit Johnny. Wird er das klären. Und das dürfen wir ja am Stream nicht verpassen. Weil wir wollen ja die ganze Story auf Leinwand haben. Achso, heißt... Äh... Hamburg. Ich weiß nicht mehr, wo Lucky ist. Na, Billy. Ja bitte, das Büro des Präsidenten. Ja, bist du noch mein Freund? Na klar! Weil die anderen haben mich stehen lassen. Wie stehen lassen? Ja, die sind einfach weggefahren. Wo bist denn du? Bei der Werkstatt. Welche Werkstatt? Werkstatt Unterbrücke. Was für Unterbrücke? Unterbrücke. Unterbrücke? Wo ist denn Unterbrücke? Bei Lodi Gentleman's. Die ging überall da. Ah... Unterbrücke. Ja, ich versteh, ich versteh. Seit dem Park? Ne. Wo bist du? Wir sind gerade beim Department of Justice. Okay, dann bis gleich. Ja. Wenn wir fertig sind. In zwei Sekunden bestimmt, oder so. Okay. Tschüss. Wir sind fast fertig. Okay. Kussi. Over the pussy. Ich hab keine Freunde mehr. Selbst Crazy hat mich verlassen. gestern noch halb, jetzt kein Bock mehr. Ich bin müde. Lass mich. Ich bin grumpy und müde. Wer ist das? Ja, Pascal. Wenn du das mit dem Mapping meinst, dann ja. 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 Wir haben jemanden vergessen. Wir haben jemanden vergessen. Warst du das? Ich bin zu dick dafür. Ich bin zu dick dafür. Ach so Scheiße. Was? Was? Ja, der ist nicht 100% Mann genug. Was war das? Was? Ach so. Aha. Soll ich dir live Übertragung machen mit Facecam? Nee, mach nicht. Dein Handy hat so eine App nicht. Stimmt. Aber du kannst reingehen, dass der den zum Bagger macht. So richtig Bagger halt. Was ist das? Was war das für ein Auto? Was war das? Der Ort ist ganz seltsam. Ich glaube, hier ist eher mehr 5. Mhm. Ja, geh ruhig rein. Oha. Boah, wenn die den rosa machen, ich boxe die weg, alter. Bald musst du mit Weezy Puzzle Games spielen und alle weg. Ja, ich habe keinen Freund mehr. Egal. Dann grübe ich den Charakter und gehe ich zu den Cops. Und arbeite mich da hoch. No Klo, meine. Schreibe ich Papa Stay an. Der so mit Lench kommt. Dann machen wir Anwaltskanzlei auf Lench und Söhne. Ja. Dann bummst du mal die weg hier. Lässt du mir die ganzen Gesetze durch und dann gebe ich Power RP. Das soll vorgegelb sein, aber... Wir sind deine... Ihr seid meine Freunde? Ja, seid ihr meine Freunde? Kommt alle auf Unity. Wir machen eine Gang auf. Mit 1000 Mann. Let's go. Das ist Bananen, gell. 990 Leute gehen farm und der Rest macht Gangpommes. Und alle mit dem Nachnamen Kusch. Dieter Kusch, Manfred Kusch, Oma Kusch. Stell dir mal vor, du würdest hier mit 300 Leute farm und eine Gangkasse haben, alter. Pfff. Könnt sich den Server kaufen, Junge. Jut. Bella Kusch. Buh, man nennt sich Bella. Klar, musst du auf dem Feld in dem Kreis stehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hogwarts. Was? Die wollten hier voll den Scheiß andrehen. Gar nicht. Doch. Wir haben besseres Gelb genommen. Äh, soll da Neon hier gemacht werden? Nein. Nein. Okay, gut aus klar. Das ist ein Baggergelb. Ja. Ja, die wollten da irgend so einen... Orange draufmachen. Orange draufmachen. Hilastis. Kennt ihr meinen Cousin? Beutelinen Kusch? Hab ich schon mal gehört. Der schreit immer rum in der Nacht, ne? Ich will immer Ring haben. Der will immer mein Cockring haben. Marienkäfer! Boah, das kostet jetzt bestimmt 30.000 Millionen. Wann ist denn der Bums trockeln? Äh, in zwei Stunden. Okay. Kurzer Konter? Kurzer Konter? 3.000. Ich brauche nur kurz einen Ausweis wegen den Papieren. Bitteschön. Dankeschön. 3.000 ist übergünstig. Curtis... Cousin. Das K steht für Qualität. In jeglicher Hinsicht? Na klar. So, dann kriegst du von mir noch eine Rechnung. Nimm dir auch die schwarze Mastercard. Na klar. Alles bis Platin. Platin jetzt mit einbegrenzt. Bitteschön. Alter, ich geb dir gleich einen Schlüssel zurück. Ich hab's zu danken. Kannst du dann zwei Stunden abholen. Dankeschön. Bitteschön. Einfach vom Hof fahren dann? Richtig. Okay. Bis nachher. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Why? Wat war ich für ne Gangschiff? Wat? In wat für ne Pommes? Petra Kusch. Was machen wir jetzt? Weiß nicht. Ja, friss selber den du blöde Pack. Mhm. Ja. Genau. Ja, das lernen wir wohl nochmal. Ja, ich bin kein guter Autofahrer. Wo ist denn dein Freund, hä? Habt ihr mich da geknutscht? Der ist über Weihnachten bei seiner Familie. Und der nimmt dich nicht mit? Ich hab meine Familie hier. Oh, das ist doch süß. Ja, ne? Aber wer ist denn deine Familie hier? Alle. Fillmore hat mich adoptiert, ne? Früher. Mit seiner Mama. Nö. Doch. Haben wir rausgefunden. Oh, doch nicht so hell. Die Sonne kommt raus. Ja. Gott spielt wieder am Wetter rum. Der hat schon wieder Langweile. Wusstest du schon, dass eigentlich die Tante... Deine Mutter, hä? ...verwandt ist mit Johnny. Was? Und die knutschen? Ja. Haben wir hier rausgefunden. Gott spielt schon wieder am Wetter rum. Bei dem kickst du schon wieder. Der Master. Ja, ja. Der Master. Der Master. Weil die Sonne am Ballern ist. Ey, Hilfe. Sieht aus wie eine Supernova. Ja. Wie bei... Da ist das auch eine Turmmakete. Hey, sind wir in Nuketown. Oder... Ja. Oh, wie heißt nochmal das Spiel? Duke Nukem, ne? Ja. Das habe ich gespielt, seit ich klein bin. War immer im Stripclub bei den Schweineköpfen. Ui. Ich bin nur Serious Sam. Boah, Serious Sam war auch geil. Es tut so well in den Augen. Der geht doch um. Komm, wir machen einen Web-Web-Web. Wer länger in die Sonne gucken kann. Ich habe Sonnenbrille auf. Ich habe gewonnen. Ich habe keine Augen. Ich habe gewonnen. Oh, fuck. Ich habe Glasauge. Ich habe verloren. Freunde sind weg, ne? Ich schrufe Architekten ein paar Mal an, damit er weiß, dass er es nicht meinen soll. Vielleicht machst du das eh da. Es ist so hell. Dein Pullover ist oben kaputt. Da ist ein Loch drin. Okay, also nicht. Will ins Bett. Dann geh du. Mach ich jetzt auch. Schurken. Weil wir auch nach oben fahren könntest. Können wir. Okay. Aber ich glaube, die machen Geheimzeug, ne? Ja, stimmt eigentlich schon ein bisschen. Ja, schon ein bisschen. Ja, ja. Weiß nicht. Kasse Weihnachten, ne? Alle sind mit Freunden unterwegs. Ja, und wir Opfer stehen hier rum. Ja, richtig. Auswärtsspiel in der Nacht. Ja, da geh ich jetzt weg, weil ich keine Lust mehr auf euch Opfer habe. Tschüss. Boah, endlich ist er weg. Mein Herz, ne? Mein Herz. Scheiß auf den. Aber ich liebe euch trotzdem. Mua. Ja. Das sag ich deiner Freundin. Sag mal Choppe befallen. Sag mal Choppe befallen. Mach doch. Das weiß die. Dann kommen wieder drei Border Patrols und raten wir uns weg. So wie beim letzten Mal. Ja, Hamster war ich. Letztes Mal ist gut gelaufen eigentlich, ne? Alle weggekommen. Hm. Ist Mila bei Körbsen momentan? Nein, ich habe Körbsen noch. Ich war doch zwei Wochen weg. Ja. Ich habe Körbsen auf so eine Insel gebracht. Ja, vielleicht ist ja Mila jetzt gerade da. Nein, die ist bei der Familie. Ach so. Nein, mit Shiro, mit ihrem Mama. Ah. Und ich darf nicht mit. Ui. Warum nicht? Weil es keine Skier an meiner Größe gibt. Weil du so kleine Füße hast? Ja. Ich habe Stumpel. Wenn ich im Schnee laufe, sieht es aus, als wäre ein Pirate vorbei gerannt. Guck mal, wer da oben steht. Wo? Das ist der Hase, glaube ich. Das ist das Mo. Nein. Mo sieht anders aus. Mo hat Börsenschnitt. Das ist so ein Schase, das Hausarist. Was ist das Hase? Das ist ein Schase. 100% Hase. Das liegt nur an dem Leberfleck links in der Wange. Bist du Hase oder Mo? Bist du Hase oder Mo? Bist du Hase oder Mo? Rat uns das jetzt sofort. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Das ist Mo. Nein. Mo hat Börsenschnitt. Aber Hase hat nicht so. Boah. Das wird zu kalt. Hases ist umweltbewusst. Ja, der macht Klimaerwärmer mit seinem Körper, weil er so heiß ist, heiß ist sauer. Der hat vor den kleinen, ne? Hm. Aber der kann doch nix für. Kein Bodyshaming. Bodyshaming is not cool. Genau. Wir sind nämlich PC. PC Jungle Park. Ja, Mann. Richtig. Political Correctness. Dich. Hase? Ja, Hase. Ui. Warum nicht? Hast du nen Schausarist von Mama bekommen? Äh, nein, nein, ich war ein bisschen bei Curbsen. Wir haben ein bisschen an den Bestandsberichtes gespielt. Auf der Insel? Ja, wir haben ein bisschen mit Goosies und Advance rumgespielt. Hat der schon abgenommen? Hm, ja, Abnehmen ist schwierig bei dem. Der ist schon ein dickes Schwein, sag ich dir ehrlich. Kein Bodyshaming. Ja, der ist ein fettes Schwein, aber der macht halt nix. Kein Bodyshaming. Ja, für meinen Bodysham ich mich auch nicht. Nur für Curbsens. Bei uns geht hier nix Weihnachtszeit. Alle sind Handscham so und... Ja, so da. Paintball? Was? 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 Was, Bruder? Was? Was ich sag, Bruder? Wild, wild, wild. Wo ist deine Pumpe? Äh, die ist natürlich in meinem Bestands-Burrito. Im Gang-Burrito hab ich gehört. Richtig, richtig. Burrito 2. ATN-Pommes. Nein, nein. Was? Was? Was für ne Pommes, Leute? Äh, ich weiß nicht. Nacktose-intolerante Pommes. Ich hab Boses gesagt. Nee, die ist auf jeden Fall irgendwo in nem rostigen Ding von mir. Wie bitte? No, geht nix. Egal, ein bisschen chill, ne? Wir holen nur so Aufträge ran, dass wir irgendwie ein paar kloppen sollen und so ein Quatsch. Wärst du auch korrekt. Mit keinem Stress. Braucht keiner Bretchen? Nö. Ich schätze mal, die Bretchen, die wir verteilt haben, man... Ja, die waren zu wild. Ja, ja. Ich glaub, jetzt will keiner mehr Bretchen. Nö, nö. Jetzt hat es sich ausgebrettert. Baumarkt. Wolle nicht. Wo ist denn dein Statif? Lass noch mal ein Rap-Video drehen. Was hältst du denn davon? Das wäre doch ne Idee. Nein. Doch lass mal ein Rap-Video drehen. Die Leute wollen nur Bretter sehen. Wir können doch auch Bretter ne Hand halten dabei. zustand warten. Das ist wild. Jetzt stellen wir uns vor dem Baumarkt, dann bin ich dabei. Lass doch mal nur ein Rap-Video im Baumarkt rein. Ja, da bin ich dabei auf jeden Fall. Das ist der Schwanz. Rap-Video im Baumarkt mit Brettern in der Hand. Dann haben wir dabei Obi. Wir sind ein Obi da. Wo sind die Bretter? Und danach haben wir die gefunden. Hier. Ja, ja, ja. Alles soll man machen. Ich hab hier einen Zettel. Und das ist der Hase. Ja, unterschreiben wir drunter. Hase, unterschreiben Sie auch. Boah, was ist... Ja, egal. Also, richtige Unterschrift, okay. Schimmel da. Danke. Warte. Ich hab gelogen. Ich hab hier noch geschrieben. Max? Danke. Ja. Warte. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich... Was ist los, meinst du? Haben wir Essen hier irgendwo? Warum? Geh mal her. Ich brauch auch eins. Ich dreh durch. Sag das nur noch mal. Ich dreh durch. Komplett. Maxchen. Weißt du, was wir als nächstes fordern? Hey, Guzi für mich parat. Max, dass alle da sind. Ja, ja. Vielleicht müssen alle hochkommen. Fahr wieder hoch, Alter. Ich dreh hier sonst durch, Alter. Ich fick die sonst komplett. Was ist denn jetzt schon wieder schief? Bürokratie-Kram. Was ist mit Maxchen passiert? Ja, ja. Also wenn der aus dem Palme gemacht wird. Das ist ja lauter Faktor. Ja, ja, ja. Das ist so lächerlich. Warum hast denn du ein Messer im Gesicht? Das wird. Gefährlich. Ich war auf Drogen. In Las Vegas. Nee, sonst gibt es wirklich nichts. Und da habe ich Fili kennengelernt. Also. Wir machen ein bisschen Betrüger-Sachen und so. Aber keine Bretter. Ist ja geil. Doch, das könnte auch noch passieren. Scammen wir? Hä? Scammen wir? Nein, wir scammen nicht. Ach so. Doch, Scammatron ist auch inactivated. Bist Scammatron? Ja. Obwohl man das schon Scam nennen könnte, wenn du hingehst mit den Dings. Ja, ja, ja. Und dann sagt, du hast einen Auftaktgeber gehabt und so. Ja. Und mit wem könnte es knallen? Da, wo wir letztens mal dabei waren. Nee, da bist du schon weg gewesen, ne? Weiß nicht. Wir waren im Urlaub. Wir haben noch letztens einen eingepackt. Und. Ja, der hat. Wir haben gelogen wohl. Ach, der hat, genau. Oh, oh. Das ist gut. Aber, wenn der, also es liegt jetzt an dem Auftaktgeber, ob wir da jetzt noch was machen oder nicht. Lass den quälen. Aber diesmal gibt es nur einen Auftaktgeber? Ja. Okay. Lass den, lass den irgendeinen Keller spenden und quälen. Benzin und so. Nein, wird nichts gequält, Junge. Also, aber das Problem ist, die Truppe ist wie Folder 2.0 da oben, ne? Die sind 1 zu 1 Folder. Die lügen sich überall rein und raus und schieben das alles auf andere. Ist der ein, ist der Chef von dem... Wer ist tot, ja. Wer ist tot? Folder ist tot. Achso, der Hasel, den hast du umgebracht. Ja, ich hab danach auch sehr gut geschlafen, muss ich sagen. Du hast ihm nämlich in eine Fresse geschossen. Der war selber schuld, der hat rumgeschrieben, der ist frech geworden. Aber nein, 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 der ist voll daran gestorben, dass sein Arzt sehr, sehr unfähig war. Wir sind dann ein Boot, Kürtis. Du kannst mich da... Kürtis, du kannst mich schlafen. Ich verstehe, ich verstehe. Ich hab diesen Arztberichter gelesen. Das ist ein Boot. Und da stand drin, dass ein Hals an einem Halsschuss gestorben ist. Und man hätte das schaffen können. Also haben wir den nicht umgebracht? Nö. Also ist ja... War das ärzte Pfusch? Schwache. Oder schwacher Wille. Schwacher Wille, Junge. Ja. Vielleicht hat sein Leben nicht mehr Sinn gemacht. Weißt du, ob die Kopf sind überhaupt wieder mittelnd? Der hat lachtgegeben. Wunser, wunser, wunser. Aber die hatten auch sonst ziemlich hart und verdacht. Ähm, aber... Nein. Ja, nö. Kommt nichts. Haben die anderen fünf... Ach, die wissen gar nicht, dass wir das waren, ne? Die fünf Folder? Ähm, indirekt schon. Ja, indirekt. Ja, die haben doch Geld hier abgeliefert. Aber die haben keine Beweise. Ach, stimmt. Scheiße. Aber das heißt, das bedeutet, dass die nichts verraten haben. Ähm, ich denke schon, dass die was verraten haben. Aber die können uns machen können. Ja, wenn, dann wissen wir das. Ich hab einen Schatzanwalt, ähm... Also ich hab einen Schatzanwalt, der mir da ziemlich viel über uns gesagt hat, so. Dass die gar nichts anderes haben. Die haben halt diese vier, fünf Namen von uns. Die wissen auch, wer hier ungefähr gammelt. Aber die denken halt, dass die... Ja, dies ist an BOM und hier alles rumgammelt. Wie kommen die denn auf BOM? Die sind völlig verloren. Ich weiß das nicht. Dir auch, Olli. Euch allen. BOM. Das... Das war die, die Veganer am Anfang mit dem Lackstisch. Ja, aber die sind nett geworden. Ja, die sind... Die haben sich ein bisschen verändert. Die haben auch Eier. Die haben Eier. Die haben Eier bekommen. Die haben... Ja, was heißt, die haben Eier bekommen, ne? Wo wohnen die? Aber die sind schon... Und die ist halt noch? Oh, im ist halt. Aber die haben sich schon ein bisschen verändert. Die nehmen das schon jetzt ein bisschen ernst da. Ja, richtig. Ja, das Ding ist, ne? Es bringt ja auch nichts, wenn da 15 Stramme sind, wenn die Führungen zum Beispiel drei Vollidioten sind. Genau. Die haben Stress mit dem Logan. Oh, das ist immer gut. Die magisch. Da gab es wohl letztes Mal Bretter. Ich weiß noch jemanden, der Stress hat mit Logan. Nein, nein. Aber... Lass mich raten, aber es gab nur einmal Bretter, oder? Keine Ahnung. Ich bekomme da nichts mit. Äh, ne. Also doch. In der Eastside, da wurden... Die haben sich umgeschossen, aber... Also am Ende lagen ziemlich viele... Ach, egal. Und die haben die Koks holte. Ja. Also das Sankt-Grieg. Das habe ich noch mitbekommen. Ich war mal zwischendurch schon mal kurz. Ach, und die 49er sind jetzt bei den Ballers. Baller, Baller, Gang, Gang. Wie haben die zusammen gemacht? Ja, ja. Die haben Flagcross gemacht. Was für Ballers? Ja, den Forward Drive. Also Ballers. Haben die Farbe auch? Ja, die tragen jetzt... Rot, Purple. Halt's Maul. Voll die Knochen-Fanboys. Schau bei Gott. Was? Wer ist denn Knochen? Der Hundeknochen. Ja, weil die so rot. Ja. Oh, Junge, die Leute haben ja nur Spitznamen, ne? Ja, ja. Letztes Mal fragt mich einen, wie heißt Bademeis? Also, der hat mir irgendeinen Namen gestanden. Und ich sag, Bruder, ich kenne meine eigenen Leute nur unter den Spitznamen. Ich hab keine Ahnung, wie du heißt. Ich weiß nicht mal, wie Hase mit echten Namen heißt. Hase weiß nicht mal, wie Hase mit echten Namen heißt. Ja, dein echter Name. Du bist nicht Hase. Also, dein Name ist nicht Hase. Dann müssen wir einen Bruder fragen. Hat ziemlich viel Kiffen letzter Zeit. Ich weiß auch nicht Fincail. Du bist ja auch gar nicht mal Arbeiten, Hase, ne? Wolltest du dir nicht was kaufen? Hab ich doch. Ach so. Der Italy GTO. Und diese Dings habe ich das Geld doch schon für die Tante gegeben. Ich warte doch nur. Okay. Der hat sich immer noch nicht gemeldet. Siehste, Penner. Was soll ich machen, Bruder? Soweit du in deinem Strip gerest, auf jeden Fall, die Tante hat, hat die halt extra dafür. Ja, ich hänge einen Zettel an der Tür. Jut, juts. Dann schreibe ich da drauf, deine Uzi ist da. Oder was wolltest du? Scopein. Ja, ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob man dir eine Scopein geben sollte. Warum nicht? Weil du bist ein Psychopath. Ja, aber... Wenn du mitbekommst, was der Kiez gesagt hat, bist du der Erste, der da hinritt. Ich sag mal so. Ach so. Ich kiff viel. Ich bin ein angenehmer Zeitgenosse. Ach, Hase. Meine ich zumindest. Der Kiez war voll die Muschis. Das ist immer ein Pell. Das ist nix Neues. Das ist nix Neues. Weißt du, ja, ja. Die waren bei Low... Also, wir waren alle bei 187 unten. Da, wie dieser Blink-Balance, ne? Der ist ja voller Bastard, hat uns nicht vertreten und hat irgendwelche Faxen gemacht bei uns. Dann haben wir den halt ein bisschen in die Pfanne geritten, dass er nicht mehr Anwalt ist, so. Da hat dieser Blink-Balance extra uns, dann den Kiez und die 187 da hingeholt, zu den 187. Und vorher war der noch bei den Yardis. Und ja, und der hat halt in der Stadt rumgeerzählt, dass wir Snitches sind und so einen Scheiß. Der hat halt ja auch recht, ne? Ja, so indirekt schon. Also, schon ein bisschen. Ja. Aber nun? Aber nur ihn halt, ne? Aber nur ihn. Ja, nur ihn, weil er einen scheiß Job macht, so. Wer, wer, also, was ist jetzt? Guck mal, dieser Typ wollte doch jede Woche Geld haben, diese Anwalt, und für diese Gerichtsverhandlung 75.000 pro Kopf. Ja. Dann war die Gerichtsverhandlung, der kam aber nicht. Der hat Johnny und so nicht vertreten. Okay. Dann hat Bademeister bei den Cops irgendwas ausgesagt, mit diesem Jack-Screen-Typen. Ach, ich hab den Frank auch schon mal weggezinkt. Und auf jeden Fall war das irgendwas, eine Sache mit Logan, und der wurde da mit reingezogen und auch verraten quasi. Ja, und da war vorher, war dieser Link-Balance, war der bei uns, hat uns gefragt, so, ob wir das gemacht haben, haben wir den straight ins Gesicht gesagt, ja. Und dann hat er extra noch andere Gangs damit reingezogen. Und der Typ ist halt quasi rumgerannt, dann zu den Jadis und so, und hat gesagt, ja, hier, pass auf, die verraten euch. Dann ist der zu Logan gegangen, meinte, ja, pass auf, die haben das gemacht, um dich zu ficken und so, weißt du, weil noch nicht. Und dann waren wir unten beim Logan, Bademeister hat die Wahrheit gesagt, Kiez war auch da, also nur dieser Janna kann nicht den Frank. Und dann hat der da rumgebrüllt. Ja, ja. Dann meinte der so, was denkt ihr, wer hier seid? So. War die ganze Zeit rumgeschrieben. Da hab ich dem Link dann noch eine Backpfeife gegeben, weil er so frech war. Da hat der Janna hinterher geschrien, warum geht der auf wehrlose Leute? Ja, da meinten die, wir gehen nur auf wehrlose Leute. Wir kommen gerade aus einem offenen Krieg gegen acht Gruppierungen, Junge. Gegen Roten und Kulti alles, Junge. Und das haben wir komplett alleine gemacht. Ohne Hilfe. Der hat nur einmal die Jannis dabei, bei den Cops, zum Ablenken. Ja, aber das kannst du nicht sehen. Das hatte gar nichts mit dem Beef an sich zu tun. Die Jannis haben einmal für uns Cops weggehalten und am Ende haben wir den Jannis aus den Cops rausgezogen. Und die Cops, ja genau. Im Endeffekt haben wir noch eine Sache reingemacht. Ich sag jetzt nicht Kiez, aber Janna kann es der Meinung, wir gehen nur auf wehrlose. Ja, ja, ja. Und dass wir Spardings sind, ich will das nicht aussprechen, weil wir sind PC hier. Wir sind Idioten auf ganz schlimme Art und Weise und so. Ich sag mal so, von einem Typen, der noch nichts gerissen hat, lass mir nichts erzählen. Weißt du, ich meine? Doch, die hatten letztens eine gute Gäselnahme mal. Das stimmt. Also eine gute Gäselnahme hat das ihnen gelungen. Waren die das? Ja, das waren die. Das müssen die sein. Keiner ist so professionell, was das dann geht. Ehrlich, haben die mal was gekriegt? Nein, nein. Das war, glaube ich, eine Haushalt oder so. Die hatten 53 Geiseln oder noch mehr. Okay, das ist Kicker. Das ist Kicker. Das ist ganz schön. Da muss es schon gut sein, um das hinzubekommen. So mit Busser. Ist ja auch nicht so, dass die schlecht sind in dem, was die tun. Ich, guck mal, ich, weißt du, am Anfang sind zwei, drei Sachen schiefgegangen. Danach hatte ich Hasskick auf die. Allein ich kann mich an die Aktion Oben in Harmonie erinnern. Da wird, ne, ich will gar nicht darüber nachdenken. Ich weiß auch, dass Jamar richtig rangefeuert hat und immer rumgeheult hat. Aber am Großen und Ganzen haben wir trotzdem mehr als Schmerz alles andere durchgezogen. Wie gesagt, ich hätte auch was noch mit den durchgezogen und so, auch nach der längeren Zeit, aber nicht so, nicht in dieser Frequenz, wie die das machen wollten jede Woche. Ich hab bis heute nichts gegen die. Ja, mir ist das auch scheiße. Mir ist auch egal, ob Jamar kann rumgeschrien hat. Ne, ne, ne. Die haben sich damit ins eigene ausgeschossen. Wenn die diesen Link Balancer vertreten, obwohl der da irgendwelche Facks macht, Alter. Und die mir sagen wollen, dass sie da nicht mit dem unter einer Decke stehen, dann können sie sich ins Knie ficken gehen. Wir haben doch ja nichts mit denen zu tun. Ja, ist auch besser so. Aber wäre das alles nicht mit diesem Link Balanced gegangen, hätten wir wahrscheinlich auch wieder eine geile Sammlung mit denen gemacht. Aber der Frank hat sich nie gemeldet danach, ne? Beim Johnny? Doch, hat er. Hat der? Und beim Jack? Und was hat er gesagt? Die meinten, dass wir nochmal was machen und starten sollten. Nachdem John Erkan hast du uns gemeint hast. Achso, ne, das nicht. Das meint er. Nein, nein, nein. Nach der Aktion. Also seitdem ist richtig tot so. Ach, die sind kein großer Verlust, aber machen wir, da würde ich eher mal, keine Ahnung, wirklich den Bankkupen mit den Yardis durchziehen. Ja, da bin ich dran. Aber das ist halt schwer. Natürlich, das dauert auch Zeit, deswegen warten wir auch schon ewig, ne? Das kommt mit der Zeit. Da, 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 das wird, das wird auf jeden Fall Endlevel sein. Sag dir, wenn wer da rauskommt. Ne, ich hab schon abgeschickt. Da ist nicht so viel Geld zu holen, ne? Also paar Millionen. Ja, paar Millionen sind paar Millionen, ne? Wir haben Krieg mit ganz statt für 10 Millionen geführt. Zwölf. Zwölf. Ja. Und wir sitzen immer noch dem Geld. Wir haben nur ein paar Autos gekauft. Ja, guck mal, und der Ding ist das Geld, was ich, ich hab, zum Beispiel, okay, halbe Million hat irgendwie auch noch bei mir ein Auto reingepumpt, so. Aber größtenteils haben die Leute auch noch, dass die Autos fast von ihrem Konto so, von Stütze bezahlt. Ich glaub, wir haben noch von den zwölf Millionen haben wir noch sieben, acht übrig. Weißt du, Schwein? Da muss auf jeden Fall Eterligation werden, Leute. Ja, aber wir haben dann ja noch Karrenkauf und hier ein Auto. Ach, recht trotzdem, Dicke. Ja, ja, ja. Und was mit der Villa? Da sind wir auch grad dran. Der Deal mit diesem Hand ist geplatzt und der ist unuffindbar. Aber wir wissen, wer seine Frau ist. Hast du noch mal seine Alte anrufen? Nein, nein, nein. Weil ich gedacht hab, die gibt dem das eigentlich weiter, aber hat sich keiner gemeldet. Also ist der anscheinend nicht unterwegs. Oder hat er scheiß drauf? Oder ist er scheiß drauf, ja. Ja, dann müssen wir die halt holen. Das ist aber eher was für die Nachtschicht. Also ich hab grad die letzten 16 Sekunden nicht mitbekommen. Oder wir gehen, weiß nicht. Oh mein Gott. Die Sonne geht weg. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, wie die aussieht. Ich weiß nicht, wie sie sich anhört. Ich weiß nicht, wo sie gammelt. Das ist das Problem. Also unser Fähnfall schnippst du da Aschenbücher sein. Es ist nicht großer Ausfall. Hoffentlich schreit die mir nicht ins Ohr. Nur die klang eigentlich ganz süß, aber bitte sag nicht Mila. Ihr Dreckigen. Soll ich kenn die Sagen? Hab ich aufgenommen. Naja, machen wir schon irgendwie. Brauch alles Zeit. Guter Wein, brauche Zeit zum Reifen. Richtig. Och. Und es ist auch eigentlich, aber umso länger die Wille da steht, umso teurer wird sie auch. Nö. Glaubst du nicht? Nö. Aber wenn wir irgendwann das Ding mit der Bank machen, dann erst, wenn die Automatischen da sind. Boah, da brauchen wir keinen Automatischen für. Aber einfach für die Sicherheit. Ja, die Leute draußen brauchen wir die vielleicht. Aber nicht dann brauchen wir Raketenwerfer, Ja, ich stelle mich oben auf den Dach. Nein. Aber stell mich auf dem Dach. Ich mach von oben. Du wirst niemals auf dem Dach gammeln können. Da fliegen dann 80 Helis rum. Den holen ich rum. Chat ist müde. Ja, das wird schon. Aber Hase. Ja. Nachtschicht hat sich auch ein bisschen umstrukturiert, ne? Wie, was ist denn da umstrukturiert? Wir sind jetzt die Samariter. Was für Samariter? Ja, ja, ja. Wir nehmen jetzt die Leute hoch, die die Leute hochnehmen. Lohnt sich mehr. Warum? Weil die mehr haben, oder? Weil die mehr haben? Weil die gute Leute sein wollen. Also, weil dann denke ich an Leute, die hier wieder Arbeiter beschützen, da krieg ich schon wieder Herbes hin. Nee, 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 nee. So sind wir nicht drauf. Ja, besser ist nämlich. Aber wenn wir gerade sehen, dass er hier mit Druck genommen wird, dann kommen wir da ran. Also, Hase, hast du schon mitbekommen, die Waffenpreise sind überhoch. Bestimmt, Pistolen sind teurer. Ja. Ich brauchst du jetzt einen Pistole im Laden. Boah, stabiler Leid. Ich hab für meine Combat 40 bezahlt, Digga. Ich hab gute Schnapp gemacht. Diese Zoller-Karte-Wert, ne? Ja, boah, Digga. Was ist jetzt mein Schrotflinte-Wert? Äh, 175. Äh, aber egal. Die war haltet einfach. Aber 125 Grad teurer geworden, dann ist schon gut, Digga. Ich sag dir ehrlich. Aber nein, boah. Meint ihr, die Dings sind auch gestiegen? Was denn? Mutation? Nee, nee, nee. Diese illegalen Waffen? Ja, ja, ja. Keine Ahnung, aber ich denk nicht. Also, wenn die steigen würden, wäre heftig. Das wird nicht passen, Digga. Das ist so bescheuert. Man, die kosten fast eine halbe Million. Was soll denn die noch steigen? Deswegen mein ich ja. Ich glaub, der ist dicht, Junge. Und Nachtschicht ist quasi so ein Teil von uns, die... Weil wir sind ja keine Gang oder so, wir sind ja auf Raubzüge aus. Also, 200 Kars ist diese Combat wert. Betrug und auch Geiselnahmen da. Was wir damals hatten. Äh, ja, ja, wohl. Also, die Leute vertreten hier Die können meistens Arms mal rum und überfallen irgendwelche Leute und nehmen die 200 Kars weg. Ey, wer wird sein, dass keine Pistel kaufen, ne? Der Flex. Hallo, Topson. Die ist auch nur im Nordenlegal. Hab ich auch noch gefragt. Der Asch ist im Nordenlegal, die, äh, gefasht. Ja, ja, ja. Okay, gut. Was ändert sich alle zwei noch? Gefühlt. Was für auch wilder Job wäre, wäre Highway Patrol, ne? Was? Da kriegst du einfach SMG. Da könnte man die vielleicht... Ja, kannst dich ja mal da bewerben. Vielleicht nehmen dich an. Ja, meine Akte ist sauber schon lange Zeit. Ich glaube, das dürfte passen. Deine Akte ist nicht sauber, Junge. Oder warst du noch nie im State Prison? Doch, klar. Du hast schon drei, vier Warten. Du hast deine Akte noch nicht sauber. Ja, aber man muss ein Monat so strafbar sein. Das wird doch nicht gelöscht, Junge. Also, drei Monate, dann ist deine Weste theoretisch weiß, aber wenn du dich irgendwo bewerben willst, guck dir immer noch so direkt darauf. Guck dir mal dein Gesicht an, Junge, als ob du bei der Border Patrol arbeiten könntest. Du hast ein verficktes Kreuz auf dem Stirn, Alter. Als ob irgendjemand arbeiten könnte. Ich glaube auch nicht. Also, man sagt immer, man kann alles versuchen. Tagsam, ich bin Thomas Hase. Ich hätte keinen Job hier bei der Border Patrol. Ich muss Leben beschützen. Wann kriege ich einen SMG? So ungefähr. Die ersten zwei Tage, du weißt, ob man uns ruhig ist. Man will keiner mehr auf den Sack gehen. Aber dritter Tag auf jeden Fall, da fängt es an, wie sieht es aus mit den größeren Waffen? Wir können eigentlich mal wieder wieder die Shops machen, ne? Alle gleichzeitig? Ja, mit den Yardis halt dann. Oder nun wer? Ja, mit den Yardis zusammen. Besser ist das. Weil ich sag dir, Bob ist uns schon abgefuckt. Vor allem, wenn die wieder mit Tadis und Schicks kommen. Auch, auch, auch. Ich sag dir, ohne automatische mit Cops hab ich keinen Bock. Was laberst du? Was für eine automatische, Junge. Du rennst doch nicht mit einer Waffe, die eine halbe Million wert ist, in einem Shop rein, wo du 30.000 rauskriegst. Nein, aber ich mein jetzt so Relation gegen Cops, wenn wir das alleine machen. Ich schieße mir gegen die Cops. Außer schieße auf mich. Nee, Mann. Kein Bock auf klar. Was ist das? Ich saß ja einmal deswegen schon im Knast angeblich. Der Fischer und so haben mehr Auge auf uns. Ja, ja, die sind richtig abgefuckt von uns, weil die nichts gegen uns haben. Der Fischer und noch zwei, dann, ne? Weißt du, was wir gemacht haben, Hase? Hm? Weiß der das? Nee, der kann das gar nicht wissen. Ich glaub nicht. Wir haben Schlüsse bekommen, ne? Von einem Kontaktmann für oben, für das MD. Der hat die auch besorgt von jemand anderen. Dann sind wir da hingegangen. Ja. Mitten in der Nacht. Wir haben alles leergeräumt. Das ganze Lager. Nein. Doch. Wir haben ungefähr 30 Outfits, über 500 Pillen. Alles. Ausweise. Wie viel Funk-Reld, Amanda? Warte, ich schau mal kurz nach. Ja klar, alles, Mann. Die richtig wegbannert. Wir haben richtig die ganze Apotheke ausgeräumt. Das ist dickes Ding, sag ich dir ehrlich. Also, Moment. Das ganze Krankenhaus. Alles komplett leergemacht. Naja, wir waren auch unten noch mit drin, aber die haben da nur Essen drin gehabt im Lager. Die sieben Funk-Geräte, 20 Dienstausweise. Dienstausweise, ne? Ja, ja. Wo Funk-Geräte sind, wir können bald alle in Funk rumlaufen. Insgesamt, warte, 25 Oberteile. Boah. Meine oder Frauen? Beides. 19 Hosen, auch Polizeihosen bei. In-Ear-Headsets. Boah, die Polizeihosen, die sind viel wert, ne? Für die Farm-Zombies. Und 15 Schethoskope, also wir können unsere eigene Klinik eigentlich aufmachen. Aber das darf niemand herausfinden, ne? Weil eigentlich, deswegen könnten wir Mörder, wir könnten Mörder sein, ne? Warum? Ja, wenn wir denen das Dienst-Equip da oben klauen und die da nicht richtig arbeiten können, dann stehen wir unter... Also, dann könnten wir, wir hätten Menschenleben damit gefährden können. Ja, egal. Und die wurden im MD, wurden die alle gefeuert, beurlaubt. Ja, ja, alle, die da irgendwie... Tagsam. Tagsam. Tag, schön. Oha, wo kommst du denn her? Ja, ich bin wieder von der Insel. Ich war die Köpsen besuchen. Ah. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich glaube nämlich, dass Köpsen von Hase der Sohne ist. Ja? Meinst du? Nee, nee, nee. Da sind keine Verwandten. Warte, oben? Wir gehörten zu Maragoni-Familie. Hat alles funktioniert? Okay, danke für die Antwort. Also, war ein bisschen kompliziert. Ganz wie Bürokratie, wenn man Gewinnspiele machen will. Ach, wegen Würfeln, ne? Ja, ja. Ja. Wild. Tschisch. Tschisch. Brazy, man. Warum redet Jonathan nicht? Ähm, der redet. Nö. Nee, ich sag auch nö. Der bewegt seinen Mund doch gar nicht. Ich würde schon sehen, hä, was das ist. Und merken. Ach so, wir reden wieder über Gedanken übertragen. Ja, natürlich. Ach, Tag, Meister. Ob wir, äh, ob wir Gewinnspiele hier unten machen können, ne? Mhm. Das ist noch nicht ganz klar. Damit wollen wir warten. Das ist wieder so dumm, ne? Ja, hör auf. Das ist alles dumm. Und guck mal, du überlegst dir was und dann... Aber weißt du warum? Was denn? Weil die hier nicht runterfahren wollen gerade. Warum? Die wollen sich das nicht angucken. Ja, wir müssen warten. Der muss jetzt erst mal mit seinem Chef abklären. Ja, egal. Ey, Junge, ich bin... Ach, hör auf, Alter. Dann machst du dir Gedanken, was du machen kannst und hast ne Idee und dann versuchst du das. Tag. Und dann kommt wieder diese scheiß Bürokratie. Ja, weil diese Bürokratie-Typen keinen Bock haben, sich zu bewegen. Ja, Hauptsache, da oben den ganzen Tag rumpimmeln. Ja, eben. Ja, im Kreis stehen, weißt du doch, das lieben die. Tag, Badmeister. Baba Outfit. Danke, danke, danke. Das auch. Einfach der Hübsche, wie immer. Guck mal, sein Doppelkind. Du hast wirklich eins, ne? Klar. Und süße Schnute. Guck die Schnute an. Er hat Kekse gebacken. Ui. Wahrscheinlich Oreo-Kekse. Naja, sorry, dass ihr keine gekriegt habt. Warum bekomme ich keine? Hatte Hunger. Waren die schwarz wegen Schoko oder schwarz wegen verbrannt? Weiß ich nicht, musst du doch wissen. Dingo, du hast nicht mal einen Kinn, Alter. Aber Schnute. Wui, danke. Kinn sieht man noch nicht. Danke. Ihr leckere Blutwurst. Er trinkt, er trinkt, er trinkt ja ein Rollklagen für die T-Shirt. Ja, ja. Hast du nur mit dem gestern gequatscht? Nee, der hat mich nur abgesetzt. Ich glaube, der vorgestern war das, glaube ich, ne? War das gestern? Ja, vorgestern. Ich habe dann auch einen kleinen Weihnachtsgeschenk gemacht. Am heiligen Abend. Ich habe ein kleines Weihnachtsgeschenk für den gemacht. Den 10.000 Trinkgeld gegeben. Ah, fuck it, wo du sagst, der wollte mir Oberschenken. Ich habe den 10.000 Trinkgeld gegeben. Und ich habe gesagt, ich rufe zurück, aber ich habe wieder vergessen. Du bist ein schlechter Boah, der ruft mich immer an und will liegen, was du nicht vergesst immer. Ich habe letztes Mal den Russland angerufen, der stand hier und dann war ich wieder weg. Du bist ein Schwein. Ist nicht da. Am Penn. 10.000 hast du dem gegeben? Hm? Trinkgeld? Trinkgeld? 10.000 habe ich dem gegeben zu Weihnachten. Oh, Gott, Digga. Wie oft willst du dich noch anziehen? Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wohl. Na, hast du das Influencer, musst neue Outfits ausprobieren. Ja, auch. Ich mache gerade Oberlaubsbilder. Ich sehe mich auch in Brigade oder als Endleiter. Und gerade habe ich auch schon mal gehört. Omertha. Boah. Omertha. Ich habe den Film gesehen mit Hernandez in der Hauptrolle. Und seinen Bruder Chico. Naja. Also, du kannst die Patrone werden. Omertha, der mit dem der Nang ist mit dem gefährlichen Saal. Ich f-f-f-f-f-f-f-fick die alle. Kicker, der Typ. Mit gelbem Ferrari. Wo ist der Welt? Ich bin hinter dir. Telefoniert. Wer ist jetzt wieder Big Friends mit dem Junkie-Pack, Junge? Haha, crazy. Das war Kicker, ey. Hast du den Clip noch, Junge? Ich bin hinter der Lauer. Wo ist denn der Junge hin? Ach, der ist Penn, ne? Ist der Penn gegangen? Der Penn gegangen? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ruf den Mann. Haha, der war ein Kicker, Junge. Den Schwein. Ich geh mal eben kurz nach... Oh, ich muss das machen. Ich würde schon mal schlussgleich. Ha, das hat schon alles, ob Essen fertig ist. Ich komm gleich schon mal raus. Nie. Jetzt sind wir alleine. Ui. Ich kann nicht so gut mit Mädchen. Aber Mila ist doch auch ein Mädchen. Mit was soll ich über dich reden? Weiß ich nicht. Ja. Toll. Bist du schüchtern? Nö. Aber ich hab keine Ahnung, was ihr so mögt. Ähm. Ja, gute Frage. Und ihr seid komisch. Wieso? Weil die immer anfangen zu weinen und so. Nee. Doch. Hast du nicht weinen gesehen? Ich hab letztes Mal mit Mila Titanic geguckt, diesen asiatischen Schifffilm. Hat die geweint? Und die hat einfach geholt. Oh. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil das so schön war. Aber da war nix schön. Ja, dann, weil's traurig war. Aber da war nix traurig. Ja, dann weiß ich auch nicht. Die hat geheilt, als es Werbung kam. Ja, verständlich. Werbung ist auch scheiße. Das stimmt. Was machen die schon wieder? Ähm, weiß ich nicht. Auf Mülltand klettern. Wann hab ich denn meinen Rope eingebracht? Ja, gute Frage. Ich glaub um 18. Oder? Oder um 19? Ich hab vergessen. Ja, ich weiß auch nicht. Klar, Gedanke für die Wiese. Fünften und Titanic. Welche Farbe? Prime Elften. Ja, welche Farbe hat denn ein Bagger? Ja, aber ich dachte wegen einer Raupe. So eine richtige Raupe. Das ist doch ein Bagger. Ach so. Aber ich sagte immer Raupe. Ja, aber welche Farbe hat denn ein Bagger? Ja, gelb. Ja, siehst du? Ich hab ihn gelb gemacht. Aber ich dachte, weil ihr die Raupen seid, macht er das Grün wie eine Raupe. Boah. Tante? Ja? Gegen die Frau, die da gerade oben so dumme Sprüche gemacht hat, läuft ja jetzt intern. Besser ist es. Hast du dich beschwert? Ja, der Typ meinte vorerst von wegen, dass ich ja meinen Hut abnehmen soll, jetzt unbedingt. Da hab ich gesagt, ich nehm gar nix ab. Ich zeig dich gleich an wegen Nötigung. Und dann hat die Frau gesagt, ich nehm meinen Mann aber nicht fest. Und das ist Korruption. Ja. Und solche Sprüche klopfen die da und dann kommen die nicht mal runter und gucken sich die Sachen her an. Nee, nee, das war Esti. Nee, nee, das war Esti. Die sind da vorbeigefahren, keine Ahnung, die wurden durch Stress. Die kamen hin und haben gefragt, was ist denn heute schon wieder für eine Demonstration? Und da hab ich gesagt, dass... Du wirst an die Schnauze halten. Ja, und da hab ich gesagt, gegen deine Frisur. Da meinte er so, ja, du zeigst deine Frisur und ich nimm mal jetzt deinen Hut ab. Tja, jetzt hab ich beim FLB angerufen und jetzt geht's los. Scheiß verriert, danke. Ja, aber schuld mich mit dem Ficker. Ist so fick, nicht mit dem Ficker. Ich hatte einen Dankeschub für die Prime-Elfen-Buddy-Grüße aus der Eastside. Der Herr Boom hat schon... Kurz davor, den aus seiner Karte zu ziehen, bin ich eine rechte dicke Bombe zu mir. Oma, Dankeschön für den giftige Zappern. Wo wir grad bei Bomben sind, ich geh kurz in meine Knarre holen. Von Nebos, Dankeschön für die fünf giftige Zapps. Und Tokzit, Dankeschön für die fünf giftige Zapps, ebenfalls. Und jetzt stell dir mal vor, du lässt irgendwie... Du machst beim D.U.J. Beanträgst du ein Geschäft oder so, oder lässt ein Hotel ausbauen. Oder irgendeine Scheiße. Ja, das kriegen die nicht hin. Junge, wie lange wartest du denn da auf Papiere und alles? Ja, die wissen nicht mal, wer das macht dann. Die müssen erst mal nachfragen. Dumm wie Bruni. Ich bin mal kurz Pipi, ne? Du, lass mich allein mit dem Mädchen. Ich kann auch gehen, dann bist du ganz alleine. Komm, wir gehen nicht schminken. Dich? Nur dich. Wieso soll ich mich schminken? Weil du bist ein Mädchen. Aber ich bin schon geschminkt, das sieht man nur nicht. Hast du Lipgloss drauf? Ja, ein bisschen. Nein, das ist Chipsfett. Dein Zahn ist dunkel, ne? Nein. Doch. Der ist dunkel. Immerhin habe ich Zähne. Deine Zähne unten sind viel weißer als die oben. Deine auch. Gar nicht. Doch. Deine Zahn ist dunkel. Deine sind gelb wie Sterne. Gar nicht. Deine drei Zähne. Aber aus deinem Mund riecht es nach Duftbaum. Ja? Ja. Frische Wäsche. Ja, ich habe auch Waschpulver gegessen. Warum? Wir hatten nichts mehr zu essen. Johnny war nicht einkaufen. Ja, Finn hat vorhin erzählt, dass du mit Johnny verwandt bist. Ui, voll, ganz schön rutschig hier. Ja, da bin ich auch mit dir verwandt. Jiffke, wo warst du, du Peine? Du wolltest mich anrufen. Hä? Warum ziehst du meine Jacke an? Das ist meine Jacke. Aber ich habe die gleiche. Deine ist schwarz. Lüge. Bambl in der Saal. Hallo, warum rufst du mich an? Ich wollte gucken, ob du schläfst. Ja, nee. Ich will nur essen machen. Wir brauchen deine Hilfe. Ist ganz dringend. Wobei? Hier ist eine Dicke. Du musst mit dir essen gehen. Ich lasse die Tante in Ruhe. Ja, nicht die Tante. Oha, was ist denn da? Das war ein Spaß. Achso. Ich habe mich umgefreut. Im Kreis, wo wir immer sind. Ja, ist gleich, komm. Normalerweise sind wir immer da vorne. Das stimmt. Jetzt ist hier die Schablone aufgemacht. Oh. Immer wieder ein bisschen Abwechslung ist wichtig, ne? Ja, sonst wird ja langweilig. Ben, danke für den Prime 4. Schnubbelputz. Und Tantje, hast du schon erzählt von den Bürokraten? Ah, war schön da oben. Oh, ich will da nichts drüber hören. Nee, dann regst du dich mal auf. Oh, schenk mich nur. Dann schmeißt du Bombe da drauf. Ich dachte, kriegst du Blutdruck, ne? War richtig Blutdruck. Ich habe nicht mal wieder Zeit für eine Geiselname beim Lirith. Ist so. Ja, morgen ist Sonntag. Lass hin da. Gute Idee. Aber wir müssen als erstes Geiselname machen, sonst haben die Kopf gar keine Zeit für uns. Nicht, dass uns der Leute zuvorkommen am Sonntag. Harry, wie viel Spaß beim Trinken und Betrieb nicht. Wer sollte uns da zuvorkommen? Ja, ich weiß auch nicht. Boah, ihr mummel doch um Gelaster-Scheiß, ne? Ja. Ich muss mal fragen, ob die morgen Geiselname machen oder ob wir dran sind. Auf der Welt. Guck doch in den Kalender. Wo ist eigentlich der dumme Reece? Wer? Der Drecklinge-Lagy. Ich habe das Geburtstag wieder vergessen. Ich habe mich reingeschissen. Deins nicht. Ach, die haben so eine Idee mit Würfeln und so. Deshalb waren die beim D-J. Und die haben keinen Bock, sich darum zu kümmern, Alter. Die wollen sich nichts angucken, Alter. Ob sie oben im Kreis stehen. Aber wir machen ja das gleiche von. Da ist alles fein. Und was trinken Mädchen so? Koko-Loko-Wasser. Ich habe auch Koko-Loko-Wasser. Bist du ein Mädchen? Nö. Aber du schmeckst Grüße. Hallo. Ja? Du musst mit Kürzes essen gehen, mit der Dicken. Geil, Alter. Johns X-Falline hat einen Bart. Schleppen wir die dann zu zweit ab? Was? Schleppen wir die dann zu zweit ab? Nö, ich bin vergeben. Und ich bin treu. Bin ich auch. Weißt du, da war ja was. Mila ist der einzige Stern für mich im Himmel drin. Mir wird schlecht. Dann guck nicht im Spiegel. Wo soll denn ihr ein Spiegel sein, du Idiot? Hä? Die ekelhafte Lülle-Fitze vor dir spiegelt dein Gesicht? Mhm. Du bist nur ein Einsch, weil du keinen Freund in hast. Ist so. Ich habe eine Freundin. Deine Hand sehe ich nicht. Wie heißt denn dein? Ach so, die komische Tussi, ne? Ja, die Katalea. Warum sehe ich die nie? Die ist im Krankenhaus. Machst du immer nur Internet-Sex-Pomps mit der, ne? Ja, ja. Singst du dir manchmal das Lied vor? Welches? Katalea. Ja, Katalea. Wo du dann 735 mal Katalea sagen musst. Nee, nee. Und mir lässt du ohne mich den Mord auffahren. Wow, was fällt da ein? Ja, ich habe Verbot. Ich darf nicht wieder auf die Skipiste. Aber Schlittschuh fahren darfst, oder? Na klar. Und Zähneputzen auch. Aber muss ich nicht. Aber nur mit Kolgat. Ich bin schon hübsch, ne? Fragst du dich nicht gerade, wie ich mich selber ansehen kann? Das frage ich mich immer. Immer, wenn ich dich sehe, frage ich mich das. Wir würden gut zueinander passen, hättest du vernünftige Zähne. Hä, ich habe Zähne, du hast keine. Na klar, ich zähne. Ja, drei. Nö. Doch. Nein. 40 oben, wie Stefan Raab. Und drei unten, wie Piranha. Ja, reicht doch. Johnny geht eh fremd. Meinst du? Bevor der mit dir war, war der mit der Cass. Oder wie hieß die Nummer, Cassidy? Guck doch auf die Autos, die hier überrum stehen. Von dem 56 war der mit der Knutschelnummer. Ich weiß. Ich hatte auch keine Zähne. Und die hatten nur eine Hand. Ja, reicht doch. Für was? Hä, für die Größe von Johnny. Da reichen zwei Finger. Hat der Johnny klein? Ja, ihr habt doch alle einen kleinen, oder nicht? Gott sei Dank gehöre ich nicht zur Familie. Bist du dir sicher, John? Wir sind alle miteinander verwandt. Nee. Aber eins steht fest, ich habe den kleinsten von allen. Und ich bin stolz drauf. Na klar. Der Johnny hat einen noch kleineren. Kann gar nicht. Den sieht man fast gar nicht. Gehen trotzdem. Und ich habe sonst, haben die mich in der High School kennen genannt. Weil ich habe nämlich nichts. Bei mir verläuft alles reibungslos. Aber manchmal male ich mir was auf. Mit Einleiner. Von Mila. Und dann mache ich Barry White an. Ja? Ja. Hallo, warum hast du ein Tänkepättchen? Wer hat den Kühlschrank wieder aufgemacht? Boah, gut, dass ich aus dem Haus gekommen bin. Ist ja viel los hier. Was erwartest du zum Feiertag? Alle sind zu Hause mit ihren Familien. Nur wir, die unten stehen. Ja, wir stehen mit unserer Familie im Kreis. Das ist schon Tradition. Ja? Tschüss, Bruder. Crazy. Hallo, wer hat euch erlaubt, Pinkepättchen zu nehmen? Der Kühlschrank bleibt zu. Wann habe ich nochmal die Rope abgegeben? Kurz vor 19 Uhr, glaube ich. Ui. Hallo. Was wirst du denn hier? Hast du mein Geschenk bekommen? Nein. Dann hat das jemand geklaut. Wie? Ich habe dir was geschenkt. Wo hast du das? Und ich habe deinen dreckigen, hässlichen Wix-Car da hingepackt. Wo hast du das hingestellt, das Geschenk? Ich habe voll deine Haustür. Ich habe das nicht gefunden. Ja, dann... Dann hast du Pech. Ich habe Wichs, das hat das geklaut. Das war ein Denderner fürs Hals. Wow. Wow. Ein rosa. Und Socken, die man ganz hochziehen kann. Und eine Hübsch-Arke. Wow. Auch eine schöne Käppi dabei? Nein, Käppi nicht. Aber wenn wir das nicht haben, wird es okay. Wir das haben. Ja, hat aber jemand geklaut. Wer war das? Weiß ich noch nicht. War das der John? Nee, du hältst es ja an. Ich würde das anziehen. Ich auch. Ich auch. Und einen Pullover, den du unter der Hals anziehen kannst. Selber gesträgt. Ah, die Tante gemacht. Oh. Mit Falle von mir, mit Schafe. Nee, mit Johnnys Rückenhaar. Aber die sind gekäuselt. Ja, damit das ein Flausche-Pulli ist. Und was ist mein Auto geparkt? Ruhe. Ich weiß nicht, wann der neue Junkie-Park kommt. Aber ich fühl die Jacke, ne? Das ist vom Vater, die Jacke. Der hat die mal getragen auf Homestead. Nur in blau. Das ist mega hübsch. Man sieht reich aus, aber man ist nicht reich. Damit gute Headset im Ohr und so. Ein Business Raster. Zum Ausmalen. Ja. Ui. Das war übrigens mein Auto, was du weggeparkt hast. Reizkopf. Warum fährst du eigentlich so eine Schrottkarre? Hä, das ist ein Saro-Turbo-Kasten, das ist keine Schrottkarre. Klar, das ist eine Schrottkarre. Du bist eine Schrottkarre. Was du hier noch gingst, oder was? Was du ging ging? Ja, ja. Das steht so in Wikipedia. Ja. 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 Ich geh kurz im Schnee pinkeln. Okay. Bring dir danach mit, John, wir essen. Junge. Und aus dem Grund habe ich die Telefonzellen gebaut. Damit das nicht so bescheuert aussieht im LP, wenn jemand irgendwie kurz weg ist, dass der sich von einem verkackten Baum stellt. Weil wenn, macht man das so. Man wird der Baum. Kurz auf Klo. Watt trinken. Ja. Ja. tesy. Ja. 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 Care. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 mach mal hier wie hier im auto na klar ich habe keine küche dabei guck mal in deinen handtasche und die quatschen alle diesen walkie talkie die beiden alle im gefängnis lande ich trainiere besser mit tante okay mach das sie ist professionell aus ich bin zu stark ist bodybuilder wiederkommen bin ich maschine hast du das studiert maschinenbau eine tante so jetzt sind schon abholen wir holen jetzt den john und dann kommen wir dann müssen maske kauf für uns das ist doch eine walkie talkie naja wenn es hart der fahrt kommt sage ich dir so wie es ist legst auf den boden tritt drauf ganz einfache sache wenn kreis wie panzer das ding ja ist ja auch ein bus der hier immer noch steht der hat ja schon klamotten für wen habe ich ihn dann jetzt gekauft also von euch bruch jetzt keiner wirst du johann wirst du den ganz am der schon schwarz ich habe so eine jacke aber du hast ja alles oha dann kann ich meine mitschmeißen ja ich brauche noch was geht dabei nemo gucken war da kam einer ich dachte fährt weiter eine muss das ding dann hier ausmachen ich mache da kam m Aua! Aua! also ihr braucht nichts wir haben doch also tecker hast du geld ausgehandelt ja was machen aber ich habe nicht so ich habe nicht so viel gemacht weil er uns den tipp gegeben hat noch für die andere sache was machen wir das soll ich euch nicht aber wird durch durch Nee, keine Gäste mehr. Ich weiß so ungefähr, weil es geht. Aber ich sag's euch nicht. Lasst euch überraschen. Sag ich nicht, weißt du, Sirius. Aber man kann's noch handhaben. Mit welchen Autos fahren wir? Hinten drei Jugelers. Kann ich so gehen? Ich brauche nur eine Maske. Guck mal hier in den Jugeler rein. Hier, warte. Also ist das, was du die ganze Zeit schon anhattest, dann würde ich nicht so gehen. Ja, warte, wo ist dein Dungeon? Dann gib mir mal das Zeig, was du kaufst. Hat der weggegangen? Wow. Oh, egal, ich kämpfe so. Sicher? Na klar. Okay. Wenn's nach mir gehen würde, würde ich einfach alles zeigen uns. Aber wir zeigen es ja. Oder alle Gespräche und alles mitmachen, ist mir scheißegal, weil ich hab keine Angst davor. Aber wenn die Leute sich halt dafür entscheiden, weil die Angst davor haben, dass ihr Dings kaputt gegangen ist, dann muss ich das leider respektieren. Aber man sieht ja im Prinzip, was los war und so. Ja, nee, also ich hab keine. Habt ihr welche? Was, ne Waffen? Ich hab zwei Stück bei. Warte, lass mich kurz. Oh, der Toro ist weg, ne? Scheißer. Ja, sollen wir doch schnell nochmal fahren gehen? Ja, fahrfix. Warum, für was? Ich hab noch, ähm... Kabelbinder. Wir haben Kabelbinder im Auto, im Zimtono. Achso. Hey, warte, warte. Im Handschubsach sind welche. Ja. Wann fahren wir? Oder ist Geheimnis? Ich weiß nicht. Willst du mit der Hose los? Hey, warum? Weil die nicht Schoraz ist. Da sind keine drin anscheinend. Herr, na... Ich hab sie ein Stück. Im Kofferraum. Ach doch, im Kofferraum. Aha. Aber erst sagen, er hat gelogen. Uiuiuiuiui. Ja, weil keine im Handschuhfach waren. Ja, dann im Kofferraum. Wer packt die auch ins Handschuhfach? Sind ja viel zu groß, die Dinger. Ja? Brauchen wir noch mehr? Es fehlt Mut, um die Aktion durchzuziehen Erstmal einen Kiffen, Mut an Kiffen Sehr gut Was zum Henker Ich geh nochmal schnell Pipi machen, ne? Machen sie das Jetzt fängt das wilder an Will sich noch jemand die Nase pudern? Wild Obwohl, wo du es gerade sagst Jetzt kann es losgehen Jepke, kommst du auch, Mild? Ja, arriba Aber deine Jacke ist nicht schwarz Oh nein, ich hab vor uns extra eine geholt, alle sagen, die haben eine und dann schmeiß ich sie weg Hast du ne schwarz Jacke? Ja Okay Und meine Sporttasche Guck hier, Sporttasche Auf meinen Rücken, siehste? Wie fallen die jetzt, ähm? Warte nicht Ich hab so Hunger, mein Bauch tut weh Geil Mh 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 Und wer ist dieser Karren Belelani? Keine Ahnung, er ist so ein Fußballer aus Hamburg glaube ich Oh, shit, Alter. Oh, blöse Nummer. Weiß nicht, der Frank hat immer erzählt, in Hamburg kann man sich ganz easy Geld verdienen mit Weibern. Da hat man Cousine mal hingeschickt. Wow, man, dude. No, halt. Und warum schickt er dir sowas auf dem Handy? Ach so, die haben nicht bezahlt. Ach so, diese Kambelani? Da hat kein Geld bezahlt? Ey, nur 100 Euro hat die gesagt, für eine Stunde. Und die wollte wahrscheinlich Feedback geben, dass es ihr gut geht, ne? Auch, auch, auch. Fühl ich. Scheiße, Mann, Alter. Ihr seid alles so durch, ne? Willst du mal die Sprachnachricht von meiner Oma an Finn hören? Warum ich sage Finn gemacht? Seid mal. Ich hab gesagt, dass er sich jetzt geändert hat. Ist die schlimm? Hm? Ne, warum? Ist die schlimm? Weil du, weißt nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Seid mal. Aber du ist halt offen und ehrlich. Du stockschwuler Arschficker. Hallo. Das ist schlimm. Sowas sagt man nicht. Deine Oma ist böse. Sie meinte das nicht so. Entschuldige mich. Sowas sagt man nicht. Nichts alt genug. Sowas sollte man wissen. Ja, du weißt doch, wie die alten Leute sind. Das ist nicht political correct. Entschuldige mich. Deine Oma ist noch böse. Vielleicht. Was darf man nicht sagen? So, jetzt spiel weiter. Nein, nein, nein. Wo ist denn Drifke hin? Hm? Ach so. Aber? Ich glaub, Drifke kennen den Carl im Bedelein ja auch. Oh, ich würd so ein Oversized-Toolie voll fühlen, ey. Mann. Ohne Klang im Saugel mit so Knie. Ja. Gip her. Und so eine Raiders-Cab. Ja. Oh. Ui. Hola, Espanol. Wo ist denn Junior jetzt hingefahren? Lass sie den Pipi machen. Müssen wir jetzt wieder drei Stunden warten? Boah, oder Tom? Hm? Weißt du, was fresh wär? Was denn? Ja, wenn's mal bald wieder ein bisschen wärmer wird und so. Kann ich ja wieder Shorts und kleine Socken und so anziehen. Oh ja, Mann. Würde mich auch gerne ein bisschen zu tätowieren lassen. Boah, ja. Oh, wild. Das fährt? Ja, ein paar freshe Sneaker oder so. Oh ja. Ja, mit ein paar Air Force One. Oh ja. Ein paar Jordans. Wär schon fett. Und die alten Schuhe dann oben auf die Dingens hauen. Oh, und dann die Jeans unterm Arsch ziehen. Ja. Oh yeah. Ja. Muss ich nur den Gürtel rausmachen, dann geht das auch so. Rutsch, die bis runter. Ja. Bisschen Knick hier. Wollen wir die Jordans von Dunjo klauen, wenn er welche hat? Ja. Die hab ich mir gespart, könnte er nicht machen. Die waren teuer. Ja, besser ist es. Hi. Wir sind zu Hause in der Vitrine, wo keiner rankommt. Mein Bauch tut weh, weil ich so viel gegessen habe. Oh oh. Wer hat die letzte genommen? Eine noch. Ultrabock. Keinen mehr. Gar nicht. Kann mich einer zur Vorwahrstelle fahren, bitte, 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 bitte. Los, komm, ich fahr dich. Danke. In den Spiegel. Was gibt es bei BK, bei Burger King Nummer für Burger? Oh, sind wir alle in Schwartz? Machen wir was? Hm, ja. Ruf Junior an. Gulu, gulu. Gulu, gulu. Ähm. Ähm. Na gut. Was ist mit dem? Lassen wir das mal unkommentiert. Ist er jetzt alleine losgefahren? Welch denn? Da wollte doch gerade jemand zur Verwahrstelle gefahren werden, oder? Äh, ich hab Hunger. Ja. Ich bin zu langsam. Dennis, kannst du mich aber fahren. Ja, komm. Ich hab unendings. Die bringen mir was von BK, aber die haben auch keinen Bock zu kochen, Leute. Die machen heute auch nichts. Lassen sie das Fenster... Oh mein Gott. Extra laut für die cheese things. Das war teuer. Was ein Problem. Tante, kennst du den kalten Bellen, Lani? Nee, wer ist das? Dein Schwanz ist dick. Ui. Liebst du das? Nö. Weiß nicht. Ich mag Mädchen. Meines Kleines. Meines Kleines. Ich weiß es. Also Mila hat den Größten. Mila hat keinen. Hm. Du hast einen. Auch? Angewachsen und zum Draufkleben. Beides. Ich hab Johnny gesehen, der hat sich den an die Wand geklebt und hat sich dagegen gestürzt immer. Wie so eine Krähe. Er liebt das. Nö, er will nicht gucken. Hab schon was gefunden. Dankeschön. Ich geb heute einen Aus, wenn Burger King Shepard würdet ihr haben. Ein Gepäckchen und einen Burger dürft ihr haben. Nur einen kleinen Burger. Wann geht's los? Ich weiß nicht. Ja? Wenn Schwanz Platz geöffnet hat. Oh. Boah, ich hab letztes Mal zum ersten Mal Sushi gegessen mit Thunfisch. Man war mega gut. Oh, lecker. Aber ohne diese komische Soße da. Wie heißt die Nummer? Die ist ganz dunkle. Die war nicht lecker. Die war salzig. Die war zu salzig. Ja, man. Noch fetter wäre ein Haib. Ja, man. Geil. Sojasauce. Bah. I. Bö. Okay, Koppers fahren vorbei. Nee. Doch. Die fahren hier einfach vorbei. Ja, was fällt denn ein? Oder vor dem Department ist und die Vorausstellung von denen. Aber Carlo ist ja auch probiert, aber mag ich nicht. Ja, was fällt denn ein? Unfasslich. Spotlighto, Moonlighto. Endbomberwallstripping in the Moonlighto. Spotlight, Moonlight. Moonlight. Katze. Mia Mia. Katze. Geh runter von meinem Bett. Okay, dann nicht. Ein Tänkepättchen mit einem Cheeseburger. Ui. Chiki-Naggie-Burger. Nackt Dungeon im Käppi ab. Was? Nimm die Käppi ab, die ist auffällig. Wir sind noch gar nicht auf Dingens. Was? Soll ich denn mir jetzt schon die Limmeltüte überziehen, oder was? Ich bin so ein... Nein. Siehste, also muss ich die Mütze auflassen. Nichts, Misser. Nee, das vergesse ich schon. Keine Angst. Außerdem sagt dem... Bin mir dann nicht so sicher. Außerdem sagt dem Auto eh gleich wieder... Mh, zieht eure T-Shirts auf. Mh... Mh... Pissen zu geben? Schwarz, du sollst dich schwarz anziehen, schwarz. Ja, ich hab dabei. Schwarz. Schwarz anziehen, nicht schwarz. Ja, kannst du bestimmt Pele machen, weil du nicht streichst da raus. Okay. Doch dann, du geh doch weg, wenn du telefonierst. Ich telefoniere doch gar nicht mehr. Ja, dann hoff ich dir selbst vorhin, du dude. Ich wollte gerade was fragen. Nein. Okay. Dann rufe ich da jetzt an und sage nein. Okay. Was willst du? Witzig. Ach. Chips mit Ketchup-Geschmack? Ich hab schon mal Chips gegessen, die haben geschmeckt wie Fleisch. Dein doofes Handy geht schon wieder nicht. Mh, kacken. Boah, der kann nicht aufhören zu quatschen, ne? Arschloch. Pssst. Chack, wir unterhalten uns über Essen, damit ich noch mehr Hunger krieg. Pommesbären, Ketchup und Pringles Ketchup. Gute diese. Ich esse auch gerne Pringles, obwohl das so eine gepresste Dings ist, ne? Äh, Bergisch Jung, danke für den Prime Sub im vierten. Vor 19 Minuten. Und Dark Blood, danke schön für den Prime, ebenfalls im vierten. Okulu. Currywurst, Chips. Sind mega. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich Chips gegessen hab mit Schokolade, Alter. Aber das schmeckt richtig gut. Obwohl ich Chips eigentlich nicht so mag. Bis selber ärgere. Pringles ist gepresstes Kartoffelbreipulver. Boah, Döner ist auch echt beste. Boah, ich hab Hunger. Ich könnte jetzt nach unten gehen und mir was machen, Mann. Aber ich will was Richtiges essen. Ok, Burger King ist jetzt auch nichts was Richtiges, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann keine Chips essen, wenn ich am PC bin, dann werde ich aggressiv. Döner Teller, aber nur mit Fleisch und Soße. Nein, Mann, mit Pommes und Salat. Krautsalat und so. Boah. Eine Stunde, dann sind die hier. Die fahren jetzt gleich erst los. Eine Stunde noch. Neun um zehn Uhr, okay. Das passt. Ich hoffe, dann wird der P-damp vorbei. Drinnen auch. Ich hab grad Pizza bestellt. Gute Pizza ist auch echt nice. Aber ganz oft sind die Pizzen nicht so gut, wie man bestellt. Salat mit extra Feta und Keimfleisch und Knoblauchsoße. Ruhe jetzt. Warum hab ich mich hier hingesetzt? Jetzt hab ich noch mehr Hunger. Idiot, Alter. Boah, ich trinke jetzt. Warte, dann geht der Hunger weg. Das schöne Reinfetz, kölne Wasser. Thunfisch-Feta-Bohr, Bruder. Spinat-Pizza mit Feta-Käse. Oh mein Gott. Oder Salami-Pizza. Richtig scharf. Aber so richtig scharf. Mann, ich will doch abnehmen, ihr Schwein. Du hörst auf mit deinem Fresskram. Ja, aber du darfst auch essen, was du möchtest. Auch beim Abnehmen. Du musst nur Kalorien zählen. Auf alles andere kannst verzichten. Das ist alles Schwachsinn. Einfach Salami-Pizza. Doch, es gibt auch andere Pizzen. Salami mit Schinken zum Beispiel. Das ist auch richtig dick. Hast du... Boah, ich hab so Hunger. Bitte, komm nach Hause. Bitte. Bananen-Pizza mit Schinken und viel Käse. Ja, war der Lucky-Gedl zwangt gestern. Boah, dann fährt auch Pepper-Holie super gut. Fahren wir los? Ja. Wo fahren wir mit? Steig einfach irgendwo ein. Okay. Hier ist voll. Wer fährt das Auto? Einer von der vollen Karre aufsteigen bei mir rein, bitte. Ich danke. Ich fahr bei Jun. Aber der hat abgeschlossen. Äh, ja, scheiß drauf. Was machst du? Boah, Junge. Reg mich nicht auf. Ja. Schließ auf. Okay. Okay. Let's go. Moment. Warum fahren wir denn mit 3-Hol durchs? Weil, Johnny, du magst noch kaum, wenn wir jemanden einpacken müssen. Ah, wow. Spinne. Ja, fahrt vorsichtig. Boah, Dönerpizzas. Au, Baba, Alter. Au, mit Fetakäse. Enkel, du musst mir noch was geben. Dann fahr, du mach vor. Gib ich dir gleich. Ja, wir müssen hoch zur Tierarztpraxis. Ich weiß nicht, wohin. Ruf mich an, lieber. Ja. Nee, ich... Ist er nicht im Funk? Okay, wir müssen hoch zur Tierarztpraxis. Die ist jetzt auf dem Weg dahin. Die geht, gucken, ob da abgeschlossen ist. Die ist nicht im Dienst. Die hat einen... Ja, das müsste Curtis wissen eigentlich. Basta, ich bin hier. Wo ist die, wo ist die, wo ist die, wo ist die Ding, das Tierarztpraxis? Die ist rechts gegenüber von dem MD. Rechts gegenüber von dem MD ist die. So 50 Meter weiter die Straße runter. Dann auf der linken Seite. Geht euch um. Ich bin nervös. Alle umziehen, alle Maske auf. Jetzt schon? Ja, besser ist es. War ich auf der nächsten Gerade? Mach ich jetzt. Hier hat so einen komischen Pulli an mit komischen grünen Dreiecken drauf. Müsste einen Drafter oder einen Kuruma fahren. Weep. 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 Ja, meine Schwester hat so eine Nutella Da hatten wir schon mal im Stream drüber geredet Die wird zwar von so einem Vollidioten produziert Der übelst der Verschwörungstheoretiker ist Oder wurde Aber die ist echt gut Nochmal an alle Wir müssen die jetzt gleich einpacken Und dann fahren wir die irgendwo erstmal hin Lasst uns die am besten Mittlere Kamera packt ein Habt ihr eine Idee, wo wir die einpacken hier oben? Wo wir die hinbringen können? Wo wir die hinfahren? Ja Leuchtturm ist gut Da wo wir gerade waren, bei den Zelten Leuchtturm würde ich nicht sagen Weil da in der Nähe der Dreher ist Und da öfters Cop sind Dann fahren wir Leuchtturm wäre schlecht Weil da in der Nähe der Dreher ist Und da Cop ist öfters lang fahren Reifenwagen links Der Tiki-Dorf ist halt auch schwierig Dann fahren wir zu dem West Highway am Steg West Highway Steg Bei diesen Erste der kommt, wo man so runterfährt Oder nene, wir fahren dann von West Highway zu diesem Fischrestaurant Ja, wir haben jetzt schon Ist schon einer unter oben oder sind wir die Ersten? Ja, wir sind die Ersten Können wir Knarre in der Hand nehmen Ach du heinige Scheiße Auro laborales Ja, ja Verzüllen Achtet auch mal drauf, was uns für Autos entgegenkommt Eigentlich ja, so hat er es mir gesagt Jetzt von hier aus müsste das dann hinterm MD sein, richtig Curtis? Nein, nicht, du musst am MD vorbeifahren Ja, ja Ich ziehe mir da gerade aus weiter auf der linken Seite Okay Das war meine Frage Oh, da war eine Bullenkarre Da vorne, weiter, weiter Da vorne, wo das Auto steht Da Vielleicht ist sie drinnen In der Gasse Da ist eine Frau Soll ich reingehen gucken? Ja Ey, das ist die glaube ich sogar, oder? Die Hunde, die packen die ein Die packen die ein Die packen die ein Wo? In der Gasse drin Uh, uh, nicht gut, nicht gut, nicht gut Kopfkarre Hier sind Cops, die haben mich glaube ich gesehen Klar haben die nicht gesehen, Junge Macht schnell, die haben mich gesehen Macht schnell, packt die schnell ein Lasst die ablenken, Feintay Bist du? Habt ihr die? Habt ihr die? Okay Die soll nicht West Sideway jetzt fahren Fahrt jetzt nicht zu West Sideway Nicht, nicht Oh mein Gott Andere Richtung Schnell, schnell Boah Ja, wo ist die jetzt drinnen? Der soll in die Stadt wieder reinfahren Die ist bei uns drin Die ist bei uns drin Okay Fahrt uns hinterher hier Die müssen wir sagen, wie lang Ja, fahr da los Sicher, dass die das ist? Wir fragen jetzt gleich Weißt du, wie die heißt? Keine Ahnung Ruf den nochmal an Ah, wir hätten hier rechts runter Gemusst Wie heißt die Dame? Wie heißt die Dame? Wir fangen einfach in die Wälder Jonah, Marie? Donner, Nachnamen Okay, alles Da weiß Bescheid Du kannst jetzt hier gleich rechts runter Jut Gegenüber vom Fischi-Restaurant Da fahren wir rechts runter Auf den Steg Ne, kein Steg Wir fahren jetzt in den Wildnis Oder ne, hier in die Wildnis Du weißt, worum es geht Ne, Jonah, Talen? Ja, ja Okay Hier ist eigentlich gut Ja, ja Ja, ja Ja, 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 die Dame, einmal ihren Namen, Nachname, Sonderchef, drehen Sie sich mal um. Ah, mich ist da echt, mich stört hier was ganz, 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 ganz schlimm, stört mich was und ich habe so echt ein schlechtes Wagengefühl dabei. Ach, ihr Mann, ihr Mann, ihr Mann, was macht ihr Mann nur, hä? Keine Ahnung. Wissen Sie nicht? Ist beim Esti mir auch weiter angestört. Ja, wo war er denn vorher? FMI, richtig? Ja. Ach, und jetzt ist er beim Esti und gibt Waffen raus, der Junge her, an den Kiez. Das gefällt mir gar nicht. Da war so ein korruptes Schwein, ein Dreckschwein. Was sind Sie überhaupt mit so einem Spacko zusammen, hä? Keine Ahnung. Mit dem man der Waffen verteilt. Gerade sie, sie in ihrer Position. Ha, ich glaube, sie sind, äh, ganz, ganz oben im Krankenhaus, oder? Indirekt, ja. Mhm. Ihr Mann, der macht die falschen Geschäfte und jetzt trifft es sie leider. Das tut mir leid, aber wir müssen jetzt leider mit einem Schuss im Beinchen rechnen, in den Oberschenkel. Im Rechten. Oh, wir hoffen, dass wir keine Arterie treffen. Und das auch noch mit einer Waffe, die ihr Mann verteilt. Mhm. So kommt es nämlich. Nein, nicht vom Mann. Ich würde sagen, der soll lieber mal die Geschäfte zur Seite legen. Oder die Geschäfte nicht mehr machen. Ansonsten ist das da klein zu übel für sie. Haben Sie mich verstanden? Ja. Und damit sie sich immer daran erinnern können, werden wir ihnen die Waffen natürlich hier lassen. Ihr Mann verteilt. Mhm. Und ihr Mann ist es schuld, warum sie jetzt einen Schuss im Bein haben. Und eine Narbe. Liebe tut weh. Mhm. Ihr Mann sollte sich besser überlegen, was er macht. Weil beim nächsten Mal wird es nicht nur ein Schuss ins Bein sein, sondern dann werden sie liegen. Haben Sie mich verstanden? Ja. Gut. Wir ziehen ab. Gib dir mal das Handy. Damit die Dame hier nicht verblutet, ich gebe ihr mal ein Handy, damit sie einen Notruf absenden können. Hier, bitteschön. Machen Sie es gut und schönen Gruß an Ihren Mann. Keine Waffen mehr an den Kiez. Bevor jetzt irgendwelche Leute fragen und wieder RP-Polizei spielen, das hat nichts mit dem Kiez zu tun. Das geht eher um den Mann von denen. Wir haben ja den, wie ihr vorhin mitbekommen habt, wir haben ja einen Auftritt gekriegt. Das hat was mit dem Mann zu tun. Bist du hier im Auto? Ich bin kein. Keine Waffen nicht. Ah, okay. Ui. 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 Ja, wir ziehen ab. Lass mal weg hier, bevor die... Wie viel bekommen wir? 300. 300.000? Ja. Und wem? Schnell verdienst Geld. Egal. Ah, hey. Der hier Mann, ne? Ja. Das hat Dings mir auch erzählt, als wir da waren. Weißt du, was der Hum erzählt? Erzähl. Dass die Leute und auch der Kiez Angst vor dem haben. Der prangt quasi bei seinen komischen, korrupten Leuten damit rum. Dass der irgendwelche Mafeln und so unter Kontrolle hat. Der erzählt rum, dass alle Angst vor dem haben. Teilt euch jetzt mal auf. Eben, weil ihr diese Dinger rausgibt. Wie es korrupt ist schwein. Wir drehen um. Teilt euch auf. Fahrt eins hin und irgendwo hin. Und dann zurück zum Parkhaus. Masken ab? Oder zum Parkhaus. Zieht euch am besten direkt um und die Masken ab. Schmeiß das ins Fenster. Ich hab keinen Wechselklamottenball, ne? Aber ich kann so bleiben. Verfahren das aus dem Fenster, dann zu beschreien. Guck mal, wie die Hose jetzt glatt angeht. Also der Typ haut richtig auf die Kacke. Da reicht der mal jetzt nicht mehr. Äh, zu weit. Äh, ich wiederhör jetzt nochmal, Schmiele, jetzt für dich. Die Sache hatte nichts mit dem Kiez zu tun. Das ist der Typ von der Eulen gerade. Was ich auch gerade zum Johnny Mapier gesagt habe. Der rennt im Mapier rum und ist bei gewissen Leuten. Ist er lediglich. Und, äh, sagt da, er hätte gewisse Gruppierungen und Mafien. Auch den Kiez zum Beispiel. Sind, sind ihre Bitches und, äh, alle hätten Angst vor ihm und so. Weil der Typ sitzt im, äh, im SD und verkauft irgendwie Waffen. An irgendwelche Leute. Ich glaube auch im Kiez oder so. Und das passt einer gewissen Person nicht. Ja, ihr wisst ja, den Architekten passt das nicht. Weil der ist mit der Frau da richtig gut. Und, äh, der Typ zieht die Frau komplett runter. Und sie ist richtig hoch mit dem D und so und er hat Angst um sie. Deshalb ist deren Beziehung, die, die zwei da haben, nicht gut. Und deshalb musste sie jetzt bluten für ihren Mann. Damit die, ne, vielleicht nicht mehr so cool mit dem essen. Jetzt kann man das ja sagen. Wie gesagt, ich hab gar keinen Bock auf dieses Zuschauer-Beef-Scheiß-Ding hier. Auf Fingerabdrücke können die auch nicht gehen. Hast du Handschuhe angehabt? Die Tante hat Handschuhe angehabt, ja. Und ich hab die sauber gemacht, bevor ich die gegeben hab. Ja, der mag die Frau so sehr, ist halt dumm, wenn er die anschießt, ist klar. Aber du musst halt so ganz radikal mit den Greifen da. damit die das auch versteht, die UTV. Weil die schiebt jetzt das, was passiert ist, ihrem Mann da in die Schuhe. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Ganz einfach. Den Rest könnt ihr selbst zusammenreißen. Da bin ich mal gespannt, ob das Früchte trägt. Wir ändern keine Kennzeichen. Uns egal. Genau, Munir, genau. Vielleicht ist Juri derjenige, der rausfindet, wer das gerade war und so. Der weiße Ritter auf seinem Ross. Guck mal, stopp, 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 stopp. Guck mal, hier oben das Gebäude, ne? Welches? Hier rechts von uns. Ben, hat er da weg, Memes. Was stimmt da? Was steht dann da? Wo? Hier, schräg rechts vor uns. Ab vor uns? Ach da. Ben, ach so, Penis. Penis. Ich hoffe, das R fällt da mal irgendwann ab. Was meinst du, Ben? Meinst du so RP-Polizei-Ding? Oder meinst du, zum RP passiert super wenig? Nein. Nein, nicht hier rein. Nein, nein. Parkhaus. Genau. Wo holst du gerade hin? Ich wollte eine große Runde fahren, gucken, ob der da ist. Der wollte zum Park fahren, der Dude. Der wollte auch. Wir sind jetzt im Parkhaus. Ich komme jetzt im Park. Du kannst absolut keine Runde fahren, ne? Warum? Ja, du fährst echt riskant. Hat der auch dir von diesem einen Typen erzählt? Was denn? Von diesem Ben oder ne, Ben? Nee. Mann, das hat mir auch noch gesagt. Es gibt irgendein Typ der Juri hat wohl einen Hund, schon wieder wegen dem Hund. Ach so, der den Hund getrieben hat oder so. Ben oder Brian hat der. Wein, Wein. Dieser komische Rapper. Der soll nur was in die Fresse genommen bekommen dafür. Der können wir quälen, hat der gesagt. Wieder bingen im Hund. Ich weiß auch, wo der abchillt. Öfters. Du, aber das ist nicht wichtig, dafür werden wir nicht bezahlt. Na, das ist ein freundschaftliches Ding. Aber mal so, mal so beim Vorbeigeben dem Nackenklatsch hat er vergeben. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dass ich Tierlieb bin. Mal hör auf, ey. Ich wollte nur vorsorgen, Ben. Ja klar, hier gibt es überhaupt gar keine LP-Polizei quasi und auch keine Metascheiß und so. Ich wollte nur vorsorgen, weil das ist immer so eine Sache. der eine hat seinen Streamer, der andere den und dann denken die Leute, guck mal, du machst jetzt da gegen dem was und blablabla und darauf habe ich kein Bock. 300.000 Ja, der wollte uns 500.000 geben, ich habe gesagt, nein, 300.000 Der hat uns auch eine Million gegeben. Ja, aber ich habe extra gesagt, 300.000, weil das Geld ist nicht das Wichtige daran. Der macht viel für uns, ne? Allein wegen der Bilder mit dem Hand und so ist viel am Klären. Deswegen sage ich ja. Eigentlich hätte mir auch noch mehr dafür genommen, aber ich hätte ihm gesagt, für die ganzen Tipps und so einen Scheiß, die er uns gibt, machen wir 300.000, sagt er ja, also 500.000. Aber hat er dir gesagt, was er für ein Interesse an der auch hat? Ne, ne. Also was seine Intention nach hinter ist? Ne. Außer, dass der Typ richtig auf dicke Hose macht und der absolute voll toll ist? Was denn? Ja, der hat so eine romantische Art für die. Ach du Scheiße. Sind wir jetzt der Wingmann? Ja, ja. Grüße. Und das waren meine 300.000 Dollar in zwei Minuten. Aha. Ich, Bruder. Der hat auf jeden Fall was für die übrig. Die war nämlich, als wir uns am Golfplatz vorgestern Weihnachten Handjamt und Nachtsingmann hat die Frau nämlich den da hingefahren und so und die stand auch so ein bisschen bei. Okay. Aber der verkauft nicht nur Waffeln am Kiez, ne? Der gibt denn die kostenlos. Kostenlos? Ja. Das ist dieser FAB-Chef gewesen, ne? Ja. Ihr wisst auch noch diese Info, die ich bekommen habe, ne? Das, ähm, kurz rein essen. dass, ähm, der Kiez den richtig unter Druck gesetzt hat. Ja. Ja. Das hat ich damals Bademeister. Nur das hat ja nichts mit denen zu tun. Es geht nur um den Typ und seinen Scheiß Laberei. Und das der Auftraggeber was für die übrig hat. Wenn man so sagen kann, ne, 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 das meine ich gar nicht. Was denn? Ja, die haben den Typen unter Druck gesetzt, da vom Kiez irgendwie damals. Das hat er uns ja erzählt. Und jetzt kriegen die vom Kiez von dem kostenlos die Kniffen. Genau. Aber das Ding ist nicht, dass er wahrscheinlich die Baffen rausgibt, weil er, weil er Angst hat, weil sonst würde er nicht damit angeben. Weil der hat nämlich bei dem nämlich erzählt, dass Kiez und andere Leute Angst vor dem hätten. Von dem Typen, der jetzt im als Stil ist da. Also ich hab keine Ahnung, was der für ein Dinger ist. Ja, der macht halt den auf Dicken, Max. Wow, was ist denn da? Das wäre eigentlich so eine Sache, die wir dem weitergeben könnten, hätte Gianna Khan uns nichts angeschrieben. Obwohl ich glaube nicht mal, dass sie das juckt, wenn irgendeiner hinter den Rücken scheiße lauert. Vielleicht ist das auch eine Taktik von denen und die wissen davon. Ist mir egal, Jupp ist Ende. Können wir wieder zwei Autos tun. Jetzt haben wir wieder eine Woche nichts zu tun. Obwohl, dieser eine Typ hat da auch einen Auftrag gegeben, ne? Der mit dem Haus? Der mit dem Haus? Ja, wo die hingegangen sind, mit dem Haus. Boah, wie heißt denn der Nummer? Der mit dem Taxi leuten da cool ist. Ja. Der Knicker? Der Knicker. Knicker. Wollte der nicht auch irgendwas machen müssen? Warte nicht, Finn? Was denn? Hat der Knicker uns irgendeinen Auftrag gegeben? Äh, der wollte auf jeden Fall. Ja, der hatten wir doch. Wir mussten das Gespräch zwischen denen da gehabt. Ja, und dann? Ja, das hat sich dann geklärt damit. Wir haben das jetzt mal als guten Willen umsonst gemacht. Achso, wir haben doch auch fünf Funkgeräte dafür bekommen. Nein, warum? Ja, weil wir da 50.000 für kriegen. Wenn wir seine Streitachs wiederfinden. Nein. Ich habe gesagt, ich, bin zu ehrlich, dass ich jetzt losfahre und gucke, wo die Leute sind, die deine Streitachs haben. Was für eine Axt, Junge. Obwohl er bekommt nicht meine. Und dann habe ich den gefragt, was er dem wert wäre. Und dann sind wir ja gar nicht losgefahren. Also, haben wir den nicht. Und außerdem habe ich ja gar keinen Bock darauf, Eben zu geben. Hinterher denkt er wirklich, wie war das dann, weißt du? Habt ihr dem eine Achse geklaut? Ja. Ja. Weil er sich in irgendwelche Sachen einmischt, die gar nicht so ein Ding sind. Dafür würde ich den... Boah, ich habe dem auch gesagt, wenn er sich weiterhin einmischt in irgendwelche Sachen, machen wir seinen Laden zu. Bzw. setzen wir uns in den Laden rein, ne? Weil langsam geht mir das ziemlich auf den Piss, dass er sich überall mit einmischt. Wer jetzt, genau. Der Hans-Peter als Taxi-Chef. Ist nicht Hans-Peter der, der bei den Geiselnamen dabei war? Ja, der mischt sich lieber bei einem. Da haben wir ja doch auch die Information bekommen. Da war so ein Jufke dabei. Ne, Jufke? Komm, Juri, ja. Das soll wohl eine ziemliche Fahrtasche sein. Eigentlich wollten wir dem Fang das auch sagen, aber... Das sollte wohl eine richtig... Also, der soll wohl richtig schlimm sein. Mit Sachen verraten und so. Der soll auch schon einiges von sich verraten haben. Ich denke auch, dass er die Bullen gerufen hat. Als wir da auf dem Gelände waren. Entweder diese Maria oder er. Was für ein Gelände? Im ODN-Gelände. Ach so. Der soll wohl richtig... Der soll schlimmer sein als wir. Das geht? Ja, was Verpetzen und so angeht. Ja, das geht. Na klar. Hatte der Fang sich eigentlich mal bei der Gemälde, Juri? Nein. Aber Jack meinte letztes Mal, der hat angerufen. Ein paar Mal. Keine Ahnung. Aber das war wahrscheinlich schon vorher. Der Jack kommt ja nicht so raus. Nein, danach. Das war vor vier Tagen oder so. Als Jack aus der Haus gekommen. Übrigens, mich hat vorhin die von da oben haben mich angerufen, ne? Wer? In dem Rückspielscheiß hier unten. Ah. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, und ich hab dann ja gesagt, die sollen ja hier runterkommen und sich da angucken, ne? Ja. Ne, machen die nicht. Hä? Sind die dumm? Sind die dumm? Ja, machen die nicht. Ja, aber was müssen wir denn noch abgeben, damit die glauben? Wir sollen Bilder von allem machen, hier. Ja, das ist ja nicht so schwer. Die ganze Fotoalbum, oder? Ja, keine Ahnung. Du musst so viele Bilder machen, ne? Ja, dann stehen die Liebe da oben im Kreis und wichsen sich ein. Boah, die gehen mir so viel Pisse um. Das ist das unfähigste Haufen überhaupt. Ich hasse die da oben. So ein Schmockladen. Ich hab noch überhaupt keine Ahnung, was die reden. Das sind einfach Cops, die gar nichts dürfen und greifen. Ach, keine Ahnung. Ja, aber wo ist das scheiß Problem, Fotos hier von zu machen? Boah. Ich hab schon alles fertig gemacht, aber du, da muss man so viel auslegen und beziehungsweise, keine Ahnung, wenn die dann sagen, der eine sagt dann wieder ja, passt, der andere sagt dann wieder nee, passt nicht, weil das ist ein scheiß Laden da oben, müsst ihr keine Ahnung haben. also musst du das nur mal nachreichen. Naja, wir sollen dann mit Bildern oben hinkommen und dann gucken die sich das an. Ja, und warum machst du das nicht eben? Weil das nicht mal eben so ist. Ich hab dafür heute zwei Stunden gebraucht. Was? Du musst nur nur Bilder machen. Nein, du musst alles ausführen. Du musst tausend Unterschrift holen. Nein, du sollst erst mal Bilder machen, da hochgehen und dann sagen die dir, was jetzt so ein einzelnes Ding ist oder nicht. Boah, anstatt, ey. Ja, anstatt einfach hier runterzukommen, das ist halt keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Egal. Ja, sind halt Schwunz, Luca. Ähm, der Colin hat mich heute angerufen, ne? Wer hat denn Colin? Die Palito Röcker. Achso, die von Therese dann? Ja, die von Therese. Was? Äh, da waren irgendwie gestern wohl Leute unterwegs, haben denen Waffen abgenommen, so auf Nachtschicht mäßig und haben dann die Bikes nochmal am Ende von denen umgefahren und so'n Scheiß. Und wir sollen jetzt rausfinden, wer das war? Ja, der hat mich gefragt, ob ich vielleicht weiß, wer das ist. Ja, denkt der, dass er so eine Info bekommt im Sonn? Waren wir das? Nein, ich nehme meine Leute einfach nur durch den Blumen wissen, ob wir das jetzt waren oder nicht. Oder ob wir damit zu tun haben. Ich weiß von nix. Nee, war ja auch nicht so. Wann? Vorgestern? Gestern. Gestern? Ach, jetzt, warte mal, mir fällt nur was ein, ne, Diori? Der will wissen, oder er möchte gar nicht wissen, wer das im D-Lehrgeräumt hat. Das haben wir dem natürlich nicht gesagt. Ich hab gehört, der Kiez war das. Er meint, er traut dem Kiez sowas nicht zu. Ähm, doch, doch, doch. Warte, warte, wir können das so drehen. Da war die Geiselnahme, ne? Mit den 53 Geiseln. Und in dem Abend ist das auch passiert, wo wir das Ding leergeräumt haben. Hier richtig können wir das so drehen, dass einer, ein Medic von denen, da den Schlüssel mit hatte, die den Schlüssel genommen haben und dann da oben in der Nacht hingegangen sind. So könntest du das verkaufen. Aber du hast keine Beweise. Ja, aber so... Aber das klingt doch ganz logisch. Ja, und die haben auch, die haben ja auch an dem Tag schon, ähm, ne, Medic, ähm, die da Verbot bekommen, lebenslang oder so'n Scheiß. Also könnten die, könnte man so drehen. Wer hat im Krankenhaus Verbot? Über wen haben wir grad geredet? Kiez. Ja. Ja, Kiez in 187 hat, äh, M, die Verbot hier unten im Pillbox. Ja, die dürften da nicht mehr privat hin, nur noch, wenn sie da irgendwie vielleicht Verletzungen haben. Hoffentlich verrecken die alle. Ja, aber sowas sollte man, an sowas sollte denken, wenn, wenn da irgendwas passiert aus deren Richtung. Oder willst du denen auf den Eier gehen? Nö. Aber du meinst doch, Juri will das wissen, wenn wir dafür Geld bekommen? Kannst du auch... Ja, aber ich, warum soll ich den Niveau anlügen? Ist doch keine Lüge. Warum soll ich dem ne Falsche Info verkaufen? Ist doch keine Lüge. Ja, doch. Doch, ja. Ja. Aber wenn wir es so verkaufen, als ob es keine Lüge wäre, dann... Dann ist es trotzdem noch einer. Dann ist es trotzdem ne Lüge. Aber Geld in meinen Händen schmeckt? Nö. Du willst Geld von ihm haben, oder wann? Von jedem Geld haben. Und dem irgendwie ne Lüge verkaufen. Aber eigentlich ist er mehr wert als so ein bisschen Geld, ne? Der hat so viel Zeug. Der ist viel mehr wert. Der wollte uns auch viel mehr Geld geben. Für das von ihm. Nein, der wollte uns so Geld leihen. Für das Gelände. Der hat uns locker 2 Millionen Euro. Wir mussten noch darauf bestehen, dass wir weniger Geld nehmen. Mhm. Aber falls du das unbedingt wissen will, mit denen das irgendwie... Und das ist keine gute Idee, sich mit den Russen anzulegen. Denkt noch an den Russland. Wir wollen noch Business-Mail machen, ne? Apropos. Ja. Boah, mit dem müssen wir auch noch reden. Ja, der war ja hier, aber ich hatte Kontroll-Unfall. Und dann hat mich ne Tür geknutscht. Wir haben auch wohl die Beschädigung, wer da Drogen vertickt von denen, ne? Von wen? Also, wir haben das überprüft. Dieser Brian, der mit den roten Haaren, der soll wohl an Sister Fister Drogen verkaufen, indem er halt die Essenswagen voll macht und die dann Nachtisch bestellen. Und Nachtisch sind halt dann in dem Verdrogen. Aber wir haben versucht, ihn zu basteln dabei. Also hat leider nicht funktioniert, weil er keine Drogen mehr dabei hatte. Aber es ist wohl ziemlich proof, dass er das so macht. Ja, aber dann gib dem Impfer nur dem Russland weiter. Der kümmert sich drum. Ja. Das ist doch einer von seinen. Ja, aber ich dachte, du bist der Ansprechpartner dazwischen. Denn ich hab gedacht, der wird ne gute Bindung. Ja, aber du hast doch letztes Mal mit dem gequatscht, dann zahlt. Ich ruf den nur an und laber Scheiße. Zum Teil, ja. Dann kannst du den da jetzt nochmal anrufen und vielleicht sagen, dass wir da jemanden haben. Der bestätigen kann, dass der Typ Drogen verkauft. Wir sind Bestätigung genug. Wenn er uns nicht glaubt, dann... Ja, oder so. Dachtsam. Kann mich jemand kurz zum Dings fahren? Na klar, wohin hin? Zur Werkstatt Unterbrücke. Ich muss die Wampo holen. Na klar, komm, jetzt komm. Weil du sind hin. Ja. Warum brenn ich? Weißt du welche? Ja, ja. Kann mir das schon gut vorstellen, wenn du sagst Unter der Brücke. Bei Loni Gantemann. Ja, ja, die Untergrund. Und wo fährst du hin? Ja. Ja, ja, ja. Dachte ich mir auch gerade so top. Kürzer ist ja, wenn wir hier fahren. Super. Scheiße, Mann. Was sagst du denn für eine Farbe auf den Wagen? Was würdest du denn meinen? Was auf dem? Schaff da. Was soll ich denn da drauf machen? Mach rot. Rot? Dunkles Rot oder so. Hm. Aber der hat zwei Farben, weißt du, ne? Ja, der macht mattrot. Habe ich auch noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Was denn? Nicht schon, okay. Hm, okay. Musst du erst Bescheid sagen? Kannst du dir einfach mitnehmen. Hm, ich kann nur mitnehmen. Ach so, okay. Ja, sag lieber Bescheid. Das ist besser. Ich hab letztes auch. Dinge, sie kriegt bis später. Tagsam. Hees. Mal hörschem. Ich wollte meinen Bagger abholen. Du heißt aber nicht Bodo, ne? Hm, hey, Kuldus. Hätte gar gepasst, so. Bodo mit dem Bagger. Und der Bagger hat noch. Was hat denn noch? Ach, sag. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger hat noch. Ach so. Was sind denn denn Bagger zwei Leute? Bodo mit dem Bagger in seinem Baggerloch. Okay. Kuldus, passen denn in den Bagger zwei Leute rein? Nö, eine. Das ist schade. Sonst hätte ich mein Auto gleich lackieren lassen. Du kannst dich ja vorne in die Schaufel setzen. Ja, gute Idee. Ach, doch. Ja, das ist auch eine gute Idee. Bestimmt da hinten. Bestimmt da hinten, ja. Wo die glattig lackierten Fahrzeuge sind. Die Rüge. Was für ein Bagger, Alter. Was für ein Bodo. Boah, der sieht schon fresh aus dem Gap. Bebe. Uh. Das ist doch mal ein richtiger Bagger jetzt. Vielen Dank. Vagothrope, nix da, Bagger. Hallo Magnum. Vocal, danke für den Prime 15. Und Sliss, danke für den Prime 4. Und Mark, danke für den Prime 6. Und Hortobleck, danke für den Prime 1. Und Rocks, danke für den Prime 12. Aber den hatten wir schon. Jetzt muss den nur was Gutes einverlassen, für was H4Y steht. Das verstehe ich nicht. Das ist nicht mein Bagger, das ist vom Architekten der Bagger, um den Park umzubauen und so. Warum Julian, ich kann erfahren, glaube ich. Sieht viel cool aus in gelb. Steht offenbar. Achso, da. Weiß nicht, für was das stehen kann. Dir eine Idee? Klackene dürfen. Hallo Unreached. Shortstream, by the way. Ja, stimmt. Huren von Yuri. Oder Hukulu von Yuri. Oder Hukulu von Yuri. Chat, ihr seid doch Experten, ne? Für was ist das Ding hinten am Bagger? Ist das, um so Erde auszulockern? Ja, ne? Okay. Der sogenannte Ripper. Jack's the Ripper? Ich weiß nicht mal, ob sich das gelohnt hat, den überhaupt zu lackieren. Weil das ist ja nur ein Leihbulldoser. Für den gelben Fußnagel zum Kratzen. Das ist ja nur ein Leihbulldoser. Danksam! So, haben wir Bagau fertig? Ja, so ein Spoiler auf dem Ding wäre schon zick, aber den kannst du leider nicht tunen. Komischerweise kann man Polizeiautos tunen, mit Spoiler sogar. Hier geht's gut. Tagsam! Hi! Tagsam! BTS, wir haben es verpasst. Was denn? Wer ist der Blitz? Achso, dass der irgendjemand in den Beinen geschossen hat. Mhm. Der Bagger ist jetzt gelb. Echt? Ist das gelb? Mhm. Von der Marke, wie? Juri. Nein, das heißt Huren von Juri. Wir sind die HVYs. Nö. Ich muss aber sagen, der Baller sieht in schwarz cool aus. Viel besser. Nein. Doch. Doch. Wurde noch nicht getestet mit der Headbox. Hallo Juri, gehst du bitte an den Telefon. Boah, ich hab so einen Hunger, ne, Alter. Ohne Witz. Die fahren vorhin, der Burger ging für mich vorbei. Ich hab, äh, einen extra-long Chili-Cheese-Burger bestellt. Wo fahren die hin? Ja, ja, ja. Ach, Sinn. Warum lassen die uns immer stehen? Wer? Die Wixer. Die im Auto. Wer war dat? Weiß nicht. Und BT hat alles verpasst. Ah ja. Aha. Beutel. Also Juri geht nicht am Handy dran. Der ist bestimmt gerade am Knutschen. Ne, der war im Krankenhaus. Der ist im Krankenhaus. Woher bist du das? Weil der Max da war. Der hat den da gesehen. Und die Alde war auch da. Und die wird gerade im OP reingeschoben. Oh, musst du operiert werden? Grüße. Hä? Tanksam. Was? Hallo. Wir sind Clowns Auto. Ja. Was? Ey. Äh. Wir haben einen mitgebracht. Du brauchst den Kofferraum. Wer ist denn das? Ich bin Skully. Keiner. Ach, Skully. Skully. Kommt die ganze Zeit daraus, Alter. Skully, weißt du, warum Reese mich angerufen hat gestern? Skully, komm her, lass dich zurück. Ne, ich war gestern nicht da. Warte mal kurz, was ist da vorne? Das war aber einseitig jetzt. Skully. Weißt du, warum der mich angerufen hat, der Reese? Nö. Warum? Skully ist schon wieder weg gerade, ne? Was ist Skully? Rockwulz. Au, 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 au. Johnny, bist du Zauberer? Ja. Johnny, bist du Mexikaner? Hey. Johnny, bist du Mexikaner-Zauberer? Ja. Was? Was, Bruder? Was, Bruder? Cheech. Crazy. Wohne Taube. Die scheiße, ja, die haben sich letztes Mal die Rope geliehen, um einen Stein zu holen. Was für Penner? Der hat bestimmt Schlüssel nachgemacht. Ne. Der holt ne Po. Hättest du wieder Tinkepäckchen-Zeit. Habt ihr Durst? Ich hab Hunger. Hast du ne Cola? Ja. Ich will auch ne Cola. Ich will auch ne Cola. Gibt's eigentlich Tinkepäckchen-Cola? Ja. Echt das? Ja. Mit den Zero. Es gibt cooler Zero-Trinkepäckchen? Ja. Krass. Nein. Du. Es gibt nur normalen Cola, nicht schmalen. Guck hier. Guck. Das sind Cookies, du du. Nein. Nur weil das draufsteht, ist es nicht dran. Dein Schnauze. Das ist ein Burger, das ist kein Hotdog. Hotdog? Ich hab das auch vor Rito. Do you claim that Street? Welches Auto darf nicht verkauft werden? Der weiße Exempler, glaub ich. Mahlzeit. Ich bin so froh, wenn der Schnee wieder weg ist. Wenn der schmilzt. Lass mal Kurdis fahren oder so? Es soll wärmer werden. Ja man, lass mal Kurdis fahren. Oder so. Es soll wärmer werden. Ich hab gerade verstanden, lass mal nach Kurdistan, Alter. Das ist doch krass. Du bist doch verwandelt. Wer hat's? Ja, ich hab's raus. Boah, Junge. Sammeln nach Kurdis? Der kam aus dem Kofferraum, ne? Ja. Hallo. Hallo, Skuli. Ihr seid so Schwänze. Kommt aus Kurdis. Sammeln nach Kurdis? Warst du? Habt nicht zu. Nein, die waren offen. Ich war in seinem Schneeschütten. Wer hat der Frau eigentlich das Telefon? Scheiße. Ich war Schneeschütten, krieg ich wieder Geld umso. Geld? Essen. Wer braucht schon einen Superspultwagen? Ich hab Rope. Ich hab Hunger, Alter. Geld umsonst, Junge. Bei mir kriegt's auch manchmal Schädel. Ich bin auf dem Weg zu dir mit meiner Rope. Hast du einen Dixi-Claw dabei, oder was? Nee, das wollte ich dich genau, das wollte ich dich abfragen. Wenn ich eins besorge, wo soll ich denn das hinstellen? Ähm, am besten hinteranladen irgendwo, ne? Ja, zeig mir das gleich mal. Ja, machen wir. Soll ich Schnee schüppeln? Wie letztes Mal? Äh, ja. Kannst du machen. Okay, stehen da Autos? Äh, Tab, stehen da aus den Autos? Nee, ne? Nö, sollte frei sein. Kannst du loslegen. Okay, on my way. Easy, bis gleich können. Bis gleich. Der Prime von uns Singfehler von Rage Guard. Oops. Das war's. 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 Die sind. Das war's. 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 Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Yeah. Okay. Das war's. Das war's. What's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das war's. Okay. 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 Und stell den Roller auch heute Abend dem woanders hin. Ja, ich muss das Dixi-Klo aber nur holen, ne? Ja, ja, aber ich mach dir einfach schon... Boah! Kommst du immer von der Seite angeflogen? Ist der Lötz der Dillty? Dann mach ich jetzt die Mulatoni back und besorg den Dixi-Klo und ich geh das klauen. Kaufen natürlich. Ja, mit Rechnung und so. Ohne. Ohne. Ich kann ja nichts dafür, wenn jemand einfach bei mir den Dixi-Klo abstellt, ne? Wird schon keiner vermissen. Was für Brause-Tabletten würdest du drin haben? Ähm, einmal Meeresduft und einmal Zitrone. Okay. Oder gibt's noch was Fresheres? Na klar. Was gibt's denn noch? Milch? Köttesduft? Machst du denn Pups da drin? Nein, ich mach Köttzacheln. Ja, ist mir egal. Ich hab eine Toilette zu Hause. Ist nur für die Kundschaft. Ja, dann tu mir deine Odo weg. Ich komm mit der Ope. Easy. Ich mach aber ein bisschen Krache, ne? Und solange du nix kaputt machst, ist alles in Ordnung. Ach, ich mach nur nix kaputt. Ach, du vor. Ich do nicht. Hier, die Milchonne hier rechts kannst du auch mitnennen. Ähm, die hab ich schon mitgenommen. Pssst. Pssst. hey weg da pass auf erste wir kommen dicke kloschen lasse alle mühler drinnen ich weiß genau dass du wohnen die gesehen wie ich im bagger aufgehalten habe das war richtig das war schon krass und da kommen jetzt die kloschen ich habe die mühlturmküster gemacht muss man ja nicht die schippe immer runter machen wegen unfallgefahr nein das ist für die kleinen kinder damit die spielen können wer hat den bagger von euch bedient ich habe den bagger bedient kollege du hast aber meine kiste hinten gestriffen kann das sein ich passe immer auf wenn ich war keine ahnung machst du jetzt versichern beton hat ich mag einfach nicht nötig das nächste mal passt man bitte auf ja ja ich habe deine karne trotzdem nicht berührt das sagst du fürs nächste mal ja mach ich weg hier jetzt auch berühren da bist du denn da hinten überhaupt der so komisch redet ich bin doch ruhig der kollege ist am stressen oder du bist am stressen ich habe dir gesagt dass deine scheiß gar nicht berührt habe ja so gut wir haben ja wir haben ja beide geredet davon kam der da hinten ich habe keine ahnung mit dem der geredet hat du hast ihn doch beleidigt mit seiner komischen stimme also sorry man ich habe ein bisschen probleme mit meiner stimme es ist so schlimm der hat bestimmt ein schneppekind getrunken oder ja ich glaube auch so habe ich mich gestern bestimmt auch angehört ich fand du klangst du auch recht jetzt willst du weiter langst du irgendwie gestern voll süß am telefonen ja nach der kipp auf die angespannte stimmung hier ich weiß gar nicht warum so falsch gehofft bis zum nächsten mal jungs wollte er nicht zu seinem auto wollte er den weg vergessen ich wollte erst sagen biet die klatschen weg ne ich hätte auch draufgekloppt war kurz davor den einfachen zu geben jetzt gern gesehen mit dem komischen anhänger von deiner kette da kann man schön an der seite vom auto lang laufen oder keiner gehört was hat keiner gehört nix schon kai ich habe noch eine bessere idee muss ich mich umdrehen ich weiß schon auch beide ich will nicht wissen was ihr gemacht habt kann froh sein dass ich kein basier dabei habe ich könnte jetzt mit lenkradnose laufen naja meinen haben sie geklaut ja ich weiß es nicht ich weiß nicht wo das ding abgeblieben ist meine pistole ist auch weg hast du ihm gerade eingegeben hat einer was vom bestbeschläger gesagt wer braucht das hau drauf er hat doch irgendwas von aircondition gesagt ne vorne und hinten ja genau bieti du traust dich nicht weil du hast die hosen voll ne ja wie schwer ist denn so ein ding in Kilogramm zu anzeigen weiß ich doch nicht junge ich habe das in dem rucksack drin ach lecker das hier ist ein blutwurz ne warte ich gucke ob die luft rein ist ok bist du da steht ja ah perfekt warum schmeißt ihr denn die bürger weg sind treuer warte ich verpetze der haut dein auto bitte der soll das nicht machen der haut dein auto nee das sieht er nicht nee nee macht er nicht hat er nicht gesehen macht er auf jeden Fall nicht nö macht er nicht macht er nicht nein ich glaube der macht das doch ich glaube die scheibe ist schon kaputt das stört ihn gar nicht weißt du aber wenn du so einen kleinen kratzer rein machst dann holt er rum ich glaube der macht das doch ich glaube der haut da drauf ich glaube der haut da drauf ne ne alles gut soll er weitermachen guck bestimmt gleich haben wir seine gang machen da stehen hier 50 mann mhm alle von der blutwurstruhte ja aber pass auf gleich stehen alle von der blutwurstruhte ich lass dir gleich bei dir vorbei gehen und dich mit dem messer absticht Ach, ist das schön, hey. Beaty, du bist beklampft in mir, ne? Guck mal, der nimmt schon das Messer in die Hand. Das ist Mode, wie beim Sticky. Selbstverteidigungsmode. Ich hab schon gedacht, du trägst einen Ring. Ist mein Kuhstall auf? Nicht so ein Ring. Was war denn das für ein Geräusch? Nee, nix nicht, ja. Das war, dass du sie angemacht hast. So klingst du, schuldig, richtig ulkig. Ulkig? Meine Freunde sind lang voll Toggo. Aber mehr Toggo als Linone. Voll Koralle, wie du abgehst. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ah. Koralle! Wo soll ich... Wo die Folie sind yo? Ja, um mich verkales без nirgendwo. Ja, um zu ... was ist löst? Ich hab's kein Santi, nirgendwo. Ich hab's neygusal nirgendwo. Ich hab's kein chimney. Ich hab's kein endroit in D ichsty. Ich hab's keine Einzczig, nirgendwo. Ich hab's nichtweighen, nirgendwo. Cody! Wo bist du? Du Sprachfehler. Cody! Wer hat denn da sein Auto zugeparkt? Hat jemand Cody gesehen? Oh, hi! Der massiert jetzt schon die Schulter. Hey, Amy? Kannst du nochmal das Wort sagen? Selber Sprachfehler, du kopiert. Wo bist du? Äh, hier hinten auf dem Hackplatz. Wo? Ah, da. Ich hab was für dich. Äh, okay. Weil sowas bietet dir im Laden nicht an. Jetzt bin ich gespannt. Bist du stark oder schwach? Weiß nicht. Kommt drauf an, wie schwer das ist. Die hab ne ganze Kiste Ramsdorf verkölzt. Puh, fuck, man. Okay. Ich dachte, das wird jetzt am Junkiepark verkauft. Nö, das sollst du verkaufen für die ganzen Aeroliker. Okay. Das kostet einen Ramsdorfer? 70.000. Okay. Kleines umsonst. Ja, gut. Dann gibt's gleich erstmal eine Runde Ramsdorfer aus Haus. Ich trinke sowas nicht. Ich hab mal... Du trinkst sowas nicht? Du bist Bauarbeiter. Du hast Planierraubhund. Warum trinkst du kein Alkohol? Reicht schon, dass ich ein Schalgeschild vorne drin hab und meine Hose unten ist, dass man meinen Arsch sieht. Ja, nimm lieber Hen. Oh Scheiße! Danke! Uh, fast runtergefallen ist. Du bist ein Alkohol. Easy! Hi! Ich hab Hi! Kiff, Kiff bekommen. Oder hast du bekommen? Kiff, Kiff. Kiff, Kiff? Heißt Junkie. Ah, okay. Tank, Alter. Machst du jetzt einen auf Dungeon, oder was? Schiech! Nice assist, Bruder. Kennst du schon den neuen Rapper Junkie Puck? Nö. Nö. Aber kennst du... kennst du Dings? Ja, ich kenn auch Dongsy. Kennst du OG Toasty? Nein, aber ich kenn OG... Mila hat zwei Goldplatten, ne? Weil? Hat er zugeschickt bekommen. Wow, echt? Ja, die hat über 500 Milliarden Downloads. In YouTubsen. Ja. Boah, ich dachte, die hätte drei. Nein, 500 Milliarden. Krass. Nein, da hat aber jemand gebotnet, ne? Und nur drei Daumen hoch. Oh mein Gott. Alles ist komisch. Merkwürdig. Das verpeer ich nicht. Brauchst du wieder Oregano? Nö. Ich rauch mich selber. Ich rauch Kusch. Bella Kusch? Halt deinen Schnurz hin. Grüße! Boah, der kam vom Herzen, Alter. Hallo, Fanky. Borusse, danke für den Prime 2. Schreutchen, danke für den Prime 5. Ach ne, der fährt da aber weiter. Oh, da hat er telefoniert, glaube ich, oder? Ui. Ja. Hat telefoniert. Widerruf die. Oh, jetzt kommt er. Boah, pass auf jetzt. Höh. Grüße. Ja, lassen wir uns dann im Norden dann treffen. Oh, der will sich mit dem Norden treffen. Und, hat er was gesagt? War das jetzt eine Aufforderung zu einem Date? Der will sich mit dem Norden treffen. Hat er gesagt? Nein. Der hat im Norden dann gesagt. Der Weiße. Am Telefon. Ja, das ist ein Norden treffen. Ja, das ist ein Norden treffen. Zieh dir kurz raus, du Wichser. Zieh dir kurz raus, du Wichser. Merkt der nicht, dass der keine Windschutzscheibe macht? Nö. Oh, schon läuft der. Oder wurde das Auto schon repariert? Oh. So wie das Pferd ist das nicht das erste Mal. Ich kipp gleich um, ich hab so Hunger, ne? Ist ja doch ne Blutwursch. Nein, das ist Blut drin und Pferd. Da ist kein Pferd drin, du Jäger. Was sonst? Das ist Schweineblut. Ja, du bist auch so ein Schweineblut. Malzahn. Das ist Haram. Was ist das? Haram. Das ist Haram Stufe Rot. Das ist dein Spitzname ab heute. Haram Stufe Rot. Das ist dein Streetname. Ich hab doch schon einen Spitzname. Da kommt OG Haram Stufe Rot. Ich dachte eher an OG Kitzlerpeitsche. So wie mein Spitzname da. Ey, Jivke, ruf mal Jazz an und sag ich war im Unicorn, die waren nicht da. Was soll das? Ruf du die doch an. Ich hab die Nummer nicht. Gib ich dir. Kein Ding. Wohl Haram Stufe Rot ist so nicht schlecht, ne? Jamal. Klingt gefährlich, oder? Klingt mega gefärblich. Gefärblich. Wie findest du eigentlich mein Auto Kürtis? Scheiße. Ehrlich? Hörst du Bitti? Ja. Ich hab auch mal so einen Wackelkopf da reinmachen lassen. Drei. Neun? Ja. Wackelkopf da. Hashtag. Hast du schon gesehen wer der ist da, der Wackelkopf? Motorist BG? Ne. Podolski. Halt die Klappe, Junge. Ha. Geht nicht ran. Nur mal blockiert. Glücker. Ne. Und? Hat er jetzt Auto gewechselt? Ja. Keine Ahnung. Der hat wenigstens ein bisschen hingehauen? Weiß ich noch nicht. Ich muss abwarten. Also weißt du nix? Ne, ich weiß noch nix. Aber wird schon so passen, denke ich mal. Okay. Ich meld mich so bald. Alles klar. Kommst rein. Tschüss. Der hat keine Wurzel für dich. Joa. Oh, ich hab keine mehr. Super. Ich hab auch überlegt. Komm mehr, kleine Bubu. Gib den mal. Genau. Ich hab dem eben Blutwurst gegeben. Da steht der voll drauf. Schön fein. Hört sich auch wie meine Ex. Das hört sich auch rasch in meine Ex. Stöpiti. Das ist so. Ja, feiner Hund, ne? Was zum Teufel, Junge. Ja, fein. Die magst du Blutwurst, ne? Was zum Teufel. Der ist aus dem EMS. Dem haben ich schon mal die Blutwurst gegeben. Das ist ein super Hund. Zum Glück ist der Jack nicht hier. Ist so. Genau. Du musst dich geschlafen. Du gehst schlafen schon? Ja. Du bist doch noch früh. Ist doch erst halb acht. Ja, aber ich bin schon lange unterwegs. Okay. Göttes. Was geht ab, Motherfucker? Was? Warte ab, du holst gleich. Was? Ich geh pennen, Jungs. Warte. Muss ich den verstehen? Mach rein, Motherfucker. Tschüss. Tschüss. Komm, Jungs, wir gehen auch. Wir sind ja schon heute länger als... Boah, Junge, ich kann nicht mal mehr reden, Alter. Meine Schwester ist gar gekommen. Ich hab mega Hunger, Alter. Ich sterbe, wenn ich nichts esse jetzt. Ui. Und wir sind ja schon seit 17 Uhr im RP und im Stream-Permis, ne? Ich schicke euch aber jetzt... Kann mir einer vom Opa Willy Wonka den Stream geben? Ich schicke euch mal zu dem. Dann könnt ihr euch bei seinem Street-Crime-Dings da, Epi... Könnt ihr euch angucken. Bist du morgen wieder an? Jo, ich denk schon. Ruhiger, Nicole. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, der Pino. Einer reicht, by the way. Ja, ich hab schon gehört. Das war falsch von mir. Nun sitze ich ganz alleine hier. Ich hab Butter-Popcorn gegessen. Gary ist total leid. Ich sage dir. Ich hab den Text vergessen. Nur dummes... Ich muss unbedingt was essen. Ja, ich bin morgen auch da. Wenn nicht, dann schreibe ich halt das dort, Jeffs. Ich dachte ja, heute geht auch nichts. Aber wir hatten ja trotzdem ein bisschen was zu tun. Kleines bisschen. Und war trotzdem lustig. Morgen, come on. Der redet schon wieder mit seiner Hand gerade. Hehehehe. Duifel. Und lass gleich beim Opa Willi Wonka bisschen Liebe machen. Der freut sich richtig. Bring ihn ab. Er drängt mich ab, er drängt mich ab. Hehehehe. Hehehehe. Er... Ja, chat ist wieder am Schlafen. Kriegen geh nichts mit Himmel. Nein, kein Duplo-Kick. Schlaf. Boah, nerven nicht, Aldo. Hehehehe. Hehehehe. Wir sind ja da an Pennen. Pennst du bei uns im Haus wieder? Hab ich euch doch gesagt, die anderen sind Pennen gegangen. Aber alle. Kann sein, dass Finn und Finn unterwegs sind. Machen die Nacht, Jay? Weiß ich nicht. Müsst ihr fragen. Gute Nacht. Wir machen bestimmt später Nacht. Lass mich in den Hausflur. Gruffi. Tschüss. Energie. So. Wir waren ja heute früher da. In der Stream-Permise. In der RP-Permise. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ach, hier geht ja eh noch nicht schlafen. Oder einen wunderschönen guten Stream beim Operwelle Wonka. Oder wo auch immer jemanden geht. Und vielen lieben Dank für den Support. Kussi, kussi. Und lieb sein beim Operwelle Wonka. Der wird glaube ich nämlich jetzt durchdrehen. Und wer einer spoilert. 162 Leute schon drüben, Alter. Hehehehe. So bis morgen. Falls ich nicht kommen werde. Aus welchen Gründen noch immer werde ich bei Twitter schreiben. Kussi, kussi. Und macht Keiko schlau. Okay. Up in the Red Pommes. Und nehmt euch noch ein Tinkerpäckchen. Jetzt habt ihr noch Zeit. Let's go. Ein Tinkerpäckchen. Boah, ich hab so Hunger, ey. Unnormal. Tinkerpäckchen und go. Go, 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 go. Ah. Da geht noch ein bisschen was. Guck mal. Komm schon. Boah, wir nehmen den jetzt so auseinander. Ihehehe. Bei yhe he 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 he. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Kussi und danke. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Vielen Dank.